meine damen und herren da sind wir ich warte noch auf alex well hello sehr well hello sehr oh shit aber genau pünktlich auf 1 59 17 59 was geht ab das ist eine sehr berechtigte frage was geht bei dir ab ich bin gerade noch rennen gefahren das ist ja cool schreibt schreibt ruhig deine mail erst noch zu ende ist es okay ist okay ich schreibe gerade noch die titel ich musste noch schnell ändern ich habe das gerade nicht geschafft ich musste halt noch mal kurz raus und mein arsch auslüften und du weißt ja wie es ist das verstehe ich sogar sehr gut aber da bist du mir eins voraus warte hardcast folge oh oh yes yes drei vier willst du die folge wirklich mitzählen der ich dich komplett zerstört habe ja klar ich mache einen völlig harmlosen titel so sollen wir mal also bist du schon bist du noch in deiner vorschau szene ich bin schon geht gleich los und man sieht mich gerade noch nicht wie gut ich heute aussehen okay cool man hatte ich doch schon oder ich habe mich jetzt noch mal hübsch gemacht ich sage es noch mal fünf sekunden draußen okay okay ich schalte ich schalte ich schalte um in quasi drei zwei eins quasi jetzt ich bin drin du auch hallo was geht ab was geht ab ist kalt heute oder warum hast pullover an ja mir ist heute ein bisschen kalt ich habe sehr wenig schlaf bekommen schwarzen spitzöhrigen demons der die halbe nacht mich immer wieder geweckt hat passiert dinge katze oder wo w katze achso ich habe ehrlich gesagt nie wo w gespielt du schon ne ne auch nicht entschuldigung entschuldigung ne ich habe ich also ich finde was ich meine ist das echt so ein leichter erfroren wenn man jemandem unterstellt er hätte ein bestimmtes spiel gespielt und dann und dann weißt du nicht wie die gegenüber person darauf reagiert zu verlegen so was hältst du mich etwa für einen spieler nein entschuldigung chill alles gut so na also ich habe kein wo w geballert da habe ich mich gar nicht gesehen ich habe ich habe das ehrlich gesagt so getriggert weil alle das gespielt haben und ich dachte was da muss ja irgendwas dran sein und dann habe ich mir irgendwann mal das ist schon ewigkeiten ja das spiel gibt es ja auch schon wie viele jahre dann habe ich mir mal zu weihnachten also in der weihnachtszeit habe ich mir das einen tag vor weihnachten gekauft mich zum mediamarkt gegangen kannst du dir vorstellen wie voll das da war in paderborn damals und habe mir das spiel gekauft auch mit und dann wollte ich das genau da wollte ich noch diesen man musste doch das muss so ein online ding kaufen so ein online zugang so ein so ein abo abschließender da musste ich mir extra noch so eine so eine gutschein karte holen und weil ich wollte das nicht über meine kreditkarte oder oder paypal so einen scheiß laufen lassen weil ich war da sehr skeptisch und dann habe ich das mal gespielt für ein zwei monate und das ist bei mir null kleben geliebt es tut mir leid ich verstehe die faszination dafür aber mich kriegt das nicht okay okay ja ich habe noch nicht eine einzige sekunde gespielt also mich hat das auch nie so abgeholt ehrlich gesagt schon wieder etwas womit ich dich zerstört habe in spielzeit wollen wir jetzt das ding anfangen hier weil dann machen wir andere sachen die hier irgendwer irgendwann mal zerstört hat oh warte warte ich krieg gerade einen anruf ja ich muss eben weg warum alles gut wir haben heute ein ein thema das du quasi hier reingebracht hast es geht heute um videoübertragung was ist denn das was hast du denn da so vorgestellt alex meine woche war übrigens auch gut danke dass du nachgefragt hast müssen wir so smalltalk machen die scheiße lassen wir weg geht es um hardware und nicht um smalltalk ich will nicht wissen wie es dir geht doch eigentlich schon du sitzt da einem t-shirt ne also ich weiß nicht bei uns ist es echt ein bisschen kühl so also ich schwitze ich bin aber auch gerade renn gefahren eine stunde zwölf grad bei uns ist zwölf grad ich sitze ich sitze auch bei fünf grad draußen mit kurz weil mir warm ist was nicht mit mir stimmt ja kann ich dir sagen die der vater und die mutter sind beide aus norddeutschland und die haben hier knicki knacki gemacht im tiefsten winter und da war richtig kalt und dann hat sich der genpool doktor hat sich gesagt oh geil wenn da schon eine gehöre bei rauskommt den geben aber richtig dickes felljunge das stimmt nicht mit mir ich war als kleines kind da war die ostsee noch zugefroren da war ich auf der ostsee unterwegs da bin ich da reingefallen und dann wurde aber auch eine stunde gespielt danach also immunsystem ist auch on fleek das ist also wie so ein wie so ein wie so ein ja ich verstehe ja meine meine woche war gut danke der nachfrage ich habe viel wasser getrunken und essen gegessen spiele gespielt so was man halt so macht was ist denn was ich meine das ist corona so was machst was macht man da weißt du dinge sachen aufgeräumt irgendwas schönes gebastelt oder gebaut oder weiß der geier geld ausgegeben sich neue hardware gekauft so was vielleicht nee ich habe original ich habe ein audio teil neu und zwar für für dieses dieses road wireless go das kennst du ja nicht das ist das kleine jetzt jetzt kennst du es doch okay 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 ja ich wusste nicht genau du kannst ja hier auch ja was erzählt das hast du mir ja letztens ganz am ersten die erste folge hast mir das von dem mikrofon erzählt seitdem sehe ich sehr oft ein video ist von anderen ja ne und man kann auch ein lavayer mikrofon hier anschließen also das ist dann halt wie so ein wie so ein kleiner sender empfänger halt das ist kein profi teil keine frage und das ist auch eher dafür gedacht dass du wenn du einen kleinen camcorder hast oder sowas dass du oder das lr-cam und nimmst dann mit audio auf dass du halt noch eine an also eine günstigere funkstrecke hast als ein profi teil ich habe hierfür ein 11 euro mikro gekauft also ein 11 euro lavayer obwohl ich auch das gute in anführungszeichen von von roten und noch ein anderes das 11 euro teil ist echt der hammer also kein scheiß ich werde jetzt hier keinen link droppen oder so aber audio quality ist echt gut also nicht überragend aber echt gut für 11 euro dann hau doch da jetzt 11 euro rein hier in den chat ja ich pack das später in meine liste ich habe den ich habe gerade nicht da und ich will das jetzt nicht durcheinander bringen ach so okay ja gut ja 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 ich habe auch mir neue hardware gekauft dieses gestern gerade gut erzähl ja ich habe mir eine neue wheelbase bestellt habe mir mal wieder was für da drüben für den rennsitz habe ich mir mal gegönnt ne und ja war schön hat mich hat mein portemain herzlich wieder gefreut auf jeden fall was zahlt man dafür okay ich stelle die frage andersrum also nicht was zahlt man dafür was hast du was hast du bezahlt 1500 euro für die wheelbase und für zwei lenkräder 1050 hinterher du kommst ja auch nicht so oft raus jetzt gerade ne corona hobbys menschen kann sich das auch schönreden ja kann bin da also in dem club sitz ich in der ersten reihe ja da sehe ich mich auch ja okay pass auf ich habe neues gerücht gelesen amd wird wahrscheinlich eine xt version von dem 5950x rausbringen also wird es demnächst womöglich einen 5950 xt geben interesse ja da sehe ich mich aber ganz weit vorne aber aber die letzten xt version von den cpus waren doch halt auch so ein ding ja wenn du noch keinen hast dann macht es sinn die neuesten zu kaufen weil eben kleiner vorsprung so aber hast du den aktuellsten also den nicht xc dann macht das eigentlich keinen ja okay ich habe gerade kurz vergessen wie mich da rede naja das ding ist pass mal auf jetzt hören wir mal zu alex da bin ich ja schon wieder am rödeln in meinem kopf da kommen ja schon wieder pläne das ist ja guck mal ich habe ich habe ja noch noch so eine erste generation threadripper im streaming pc drin den könnte man ja langsamer austauschen ja ja das wäre doch eine top cpu dafür das stimmt dann hättest du aber eine andere base du wärst du wärst du wärst dann nicht mehr auf dem auf der threadripper basis nicht auf der tf sondern auf dem ja ich müsste mir ein neues mailbox kaufen ja wie schon was das für ein speicher bei der drin wie schnell ist 3200 ja also für ein stream pc reicht das dicke go for it ja ja absolut absolut also da reicht alles drin könnte man aber da müsste man sich neues mailbox kaufen beim mainboard wird es wieder ein bisschen schwierig bei mainboard bräuchte ich sehr also ich bräuchte ein mainboard was zwei laner schlüsse hat das ärgert mich ein bisschen da bin ich gerade so ein bisschen dran gebunden ich habe gehört die gibt es ja habe ich auch gehört aber da müsste man ja mal gucken und eine ganz verrückte idee wie wäre es denn wenn du eine pc express karte ja warte auf die antwort habe ich eigentlich gewartet um jetzt rein zu drücken ich habe keinen einzigen pc express lot mehr frei oh nein ob es da nicht ein mainboard mit einem pc express lot mehr gibt es nicht gibt es nicht das ist so groß das mainboard ich habe schon angst dass ich keins finde wo alles aufpasst ich schwitze klar okay okay da sind halt vier capture karten ne doch vier capture karten und eine eine soundcard oder das ist voll da geht nichts mehr rein und das das schlimme ja ist ja dass die grafikkarte einblock ja ja problem ist ein großes problem da muss wieder muss wir zwei stunden nach mainboard gesucht werden was diese sachen kann verrückte idee grafikkarte auf wasserkühlung umbauen dann hast du wenn du glück hast den slot für da frei ja ist eine coole idee aber nee ich komme hier nur mit lösung ich bin nicht für die umsetzung zuständig alex finde ich supi aber unter wasser setzen da bin ich raus habe ich ein jahr habe ich das gemacht und als hardware affiner mensch geht dir das irgendwann richtig auf den pilz dass du ständig wasser auslassen musst auseinander bröseln und nähe damit raus ich verstehe du willst also eine reine pc express lösung haben die luftgekühlt ist und ja ich bin da ganz bei dir ich bin da ganz bei dir ja das stimmt also ich habe ich habe erstens solche ausgaben nicht gehabt zweitens finde ich das ist bisher nur ein gerücht ich meine es ist wahrscheinlich dass irgendwie noch mal ein refresh oder sowas von irgendwelchen cpus rauskommt oder was neues oder so ne aber und auch den stream pc auf so eine cpu aufzurüsten finde ich auch eigentlich schlau also der richtige weg weil der der threadrapper ist toll keine frage und der ist auch für seine workstation server umgebung oder was auch immer ist der wahrscheinlich auch deutlich besser aber ich habe meine tests mit dem kleinere mit dem 5100 gemacht der kann alles wegrennen was was twitch fressen kann und ich glaube wir müssen noch nicht auf den nächsten audio codec warten auf das av1 ding ich glaube da muss man sich jetzt noch keine gedanken drum machen und und wenn es dann mal soweit ist dann naja ist ein anderes thema ja da sind da sind sie sich da drin du dann bin ich das einzige stück hardware was noch sehr alt ist also für meine verhältnisse sehr alt und jedes mal wenn ich ihn angucke denke ich mir man maga du hast aber du kannst ausgedient weißt du noch das jahr wenn du ihn gekauft hast oder wann der in dein system gekommen ist erscheinungsdatum wann ist der ripper rausgekommen direkt also eine woche vor release ist das 1950 ja 1950 ja 1950 x release date wann war es denn 2017 juli 2000 september 2017 nee das ist nur eine benchmark seite pass auf trick 17 du gehst auf die guide zahls seite und lässt dir da das produkt anzeigen weil da steht nämlich seit wann er gelistet wurde und das ist in der regel auch das release ja wenn man nicht auf einem sowas findet und hier steht gelistet seit 31 7 2017 16 uhr 10 also hattest du ihn quasi seit dem seit dem 30 7 2017 16 uhr eine woche vorher noch ja dann ist er vier jahre alt dann hat er jetzt dann hat er jetzt vier jahre voll lassen mitgemacht nicht schlecht herr specht habe ich auch noch hier ich habe die das ist so eine also weißt das ist eine extrem unpraktische verpackung von dem threadripper also so von der größe und von allem aber sie ist es nicht einfach nur schön sich ab und zu mal so ein ding also ich sammeln nichts ich sammeln absolut nichts aber das hier das muss irgendwie mal im sichtbaren bereich stehen fühle ich fühle ich absolut die habe ich auch noch nicht weggeschmissen da bin ich ganz bei dir den gebe ich auch nicht hier richtig gut das ist richtig sexy ja aber ja mal gucken ob da noch mal so ein refresh rauskommt würde ich auf jeden fall gut finden weil dann ja dann sieht das auch nicht mehr so komisch im hardware sheet aus nach alte vier jahre alte hardware in einem wie sieht das aus entschuldigung ich hab dich als sehr hardware affin menschen erinnerung aber kann das sein dass du da eine andere cpu drin hast und die vergessen hast in deiner liste zu aktualisieren ja jetzt waren wir bei pci express devices und vier capture karten wir wollten uns ja heute mal über video unterhalten alex ach jetzt pass auf ok ok wir sind jetzt wir sind jetzt 13 minuten im talk ja jetzt jetzt können wir den smalltalk abhaken ich verstehe jetzt entschuldigung ich muss doch nur ein richtwert haben so als regie so beim nächsten mal damit ich weiß okay alles klar der erste zehn minuten smalltalk in drei minuten okay es war einfach eine super überleitung in das thema pci express capture karten und dann zicki zacki ja wollten wir das war das war so ein vorschlag von dir finde ich auch sehr gut wir müssen wir haben uns ja vorgenommen quasi über alle sachen mal so ein bisschen zu quatschen aus unserer erfahrung auch hier wieder erfahrungen austauschen was wir erlebt haben was wir gut waren was wir nicht so gut fanden so punkt ja vollgas und wie ist es bei dir wie pass auf ich habe ich habe noch eine bessere frage gab für den anfang okay und zwar folgendes was war dein allererstes capture device in der hauptauge ich glaube es war eine hauptauge wie spricht man das wie sprach man diesen markennamen aus hauptauge 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 ja also das also man könnte hauptauge ich bin mir nicht ganz sicher ob es ein hauptauge war oder also es war keine elgato das weiß ich es kann sein dass es eine avamedia war ich hatte diese schwarze externe avamedia also die lgx ist war war auch so eine usb das war die war die livecam extreme aber das war schon eine die konnte 1080p60 ja genau die hatte ich ja die hatte ich auch aber das war nicht meine erste das war definitiv meine erste ich weiß ich weiß ich weiß es nicht mehr ich habe 2014 auch erst gekauft also da gab es die extreme noch nicht meine ich meine die extreme kam später erst raus aber die hatten ja davor auch noch auch noch die nannte sich live live gamer also ohne das extreme meine ich ich bin nicht ganz in dem line up der so drin ehrlich gesagt habe ich das 2015 gekauft nee 2014 weihnachten oder okay ja die schwarze lgx hatte ich oder hatte ich oder war es die zum reinschieben die 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 über die pci express karte gute frage also was ich weiß ist elgato hat zu der zeit ja sehr sehr viel werbung gemacht die waren ja die waren ja in deutschland komplett bei allen großen youtuber und so weiter irgendwie hatten die verträge und werbung und die elgato hatte halt quasi ausschließlich usb capture geräte ja und ich kann die gar nicht alle benennen wie die wie hieß es gab irgendwie so zwei am anfang gab es nur so eine oder zwei verschiedene und dann gab es mal ein refresh und das war dann das neue große ding weil es irgendwie 1080p konnte und dann dann wurde ja immer damit werbung macht dass das bei dem hdmi pass through also sprich das signal direkt auf einem anderen port auszugeben dass es möglichst delay frei war aber war es ja nie bei keiner capture card ist das halt so weil du hast halt immer eine art von 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 verarbeitungs zeit die das halt irgendwie so dauert und die haben halt richtig krass überwerbung gemacht und die waren jetzt nicht übertrieben teuer in anführungszeichen also wenn du jetzt kein geld ausgeben wolltest natürlich schon dann hast du alles als teuer empfunden aber ich meine aber media war war in deutschland auch relativ gut aufgestellt black magic gab es gar nicht also ich kannte keinen der so ein ding hatte und ich bin mir ziemlich sicher dass das das entweder die aber die aber media war eine ältere oder dass ich am anfang sogar so ein haupt auger ding hatte ganz am anfang zum ausprobieren aber media hatte ich auf jeden fall das weiß ich das weiß ich ja hast du schon sehr früh also wofür hast du die benutzt hast du die jetzt benutzt für zwei computer oder für konsole ich habe ja nie eine konsole gehabt zum spielen also ich anders also ich fange eben kurz mit der konsole eben einmal ganz kurz nur zur erklärung ich habe früher eine die erste xbox gehabt also die die ursprüngliche alte xbox die habe ich gehabt um das media center drauf zu ziehen also das xbmc damals ja und ich habe damit nur medien konsumiert also serienfilme blablabla das übliche was man so gemacht hat das heißt also das musste gemoddet werden ich habe dann auch die die das case irgendwie so ein bisschen andere andere lüfter reingefräst mit so drehbel und was man halt früher so gemacht hat kollege format hat den mod eingebaut so das übliche ding und das problem dabei war der konnte nur sd format also du konntest maximal ich glaube bis 720p oder so aber 1080p konnte das ding auf keinen fall so und dann kamen so diese neuen fernseher die dann halt 1080p alle konnten und dann war das ding für mich auf ich habe mir später irgendwann noch mal eine xbox 360 gekauft gebraucht red ring of death ab in den backofen das ding einmal wieder quasi neu frisch gemacht weiterverkauft nächste gebrauchte gekauft zwei monate später rectoring of death dachte ich mir kaum scheiß drauf kein bock mehr auf eine xbox 360 nur weil ich ein bisschen bei einer paradise spielen will oder mortal kombat das waren so die einzigen beiden spieler auf die ich irgendwie bock hatte auf xbox so und ich habe so mit diesem youtube ding nur battlefield gespielt und das habe ich nur auf einem einzelnen pc gezockt das heißt ich habe meine erste capture card nicht gekauft weil ich eine konsole anschließen wollte sondern weil ich einen zweiten pc anschließen wollte und da waren ja ein paar jahre dazwischen zwischen dem bedarf dass ich eine capture card überhaupt brauchte und ich habe schon youtube videos gemacht und habe schon die ersten streams gehabt und so weiter ich ohne scheiße ich müsste jetzt wirklich mal in ganz alte youtube videos gucken was damals für eine capture card da erwähnt wurde das war damals war das ein ein also was man alles einstellen musste damit das funktioniert mit den auflösungen dass der nur das capture dann musstest du denn windows in 720p umstellen und so ein scheiß muss das damals auch machen nicht wirklich nein weil also bei denen ich kann mich nur entsinnen dass die dass die amis dass die ganze zeit gemacht hatten damit es nicht so viel so viel encoding also wie dass sie nicht halt 7 1080 rein knallen und das dann runtergekodet wird man versus game hat halt jahrelang in 720p sein rechner laufen lassen dieses encoding nicht extra stattfindet und dann gab es ja die capture karten du konntest ja was war denn das ich glaube die avermedia konnte dann 1080p konnte die rein und dann 720p ausgeben und ein also wirklich ein clusterfuck und video war damals so das thema wo ich gesagt habe video ist ja gar nicht so teuer das habe ich früher immer gesagt weil audio ja mischpult und den kabel und mikrofon und das war damals sehr 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 günstig im vergleich wenn man sich halt so eine avermedia lgx extreme oder sowas gekauft hat und dann irgendwann ich weiß ja nicht so wie im laufe der zeit bei dir die entwicklung war stellte sich daraus oh video ist ja noch viel teurer also es kann sehr teurer sein also außer du holst dir direkt ein neumann mikrofon so dann ja dann redet man natürlich also bei mir war das war das war das so dass ich dann ich weiß gar nicht mehr was der erste stream pc hatte oder was der konnte oder was das genau für eine kiste da müsste ich wie gesagt auch noch mal in so alten videos mal nachschauen aber ich habe dann den klassiker gemacht ich habe einfach nur das bildschirmsignal geklont also windows settings einfach auf hdmi ausgeben und das musste gecaptured werden das war dann ein 1080p signal und zu der zeit hat gab es ich glaube da gab es noch gar keine 1440p gaming so in dem sinne ich weiß nicht ob diese monitore schon damals draußen draußen waren oder ob das die ersten monitore waren so wie das jetzt so vergleichbar ist ungefähr mit 4k es geht schon aber ne performance ist noch scheiße weil die hardware noch sehr langsam ist so die richtung und das hat aber eigentlich vom capturen ganz gut funktioniert man hatte dann eher das problem als die herzzahlen hochging weißt du wolltest dann auf 1440p ne auf 144 herz halt irgendwie spielen oder 144 frames halt irgendwie erreichen was die meisten spiele ja nicht ausgegeben haben aber deine capture karte konnte halt de facto nur 60 auf und dann war es ein riesen chaos so ja wie stellt man das ein wie macht man das so also eigentlich ist das kein großes ding wenn man das selbst das windows lässt es jetzt jetzt mittlerweile musst du nichts einstellen und alle geräte erkennen normalerweise was was der taco ist aber der größte abfuck war halt immer du willst den stream anmachen hast den stream pc angeschlossen also hochgefahren alles fertig gemacht und das bild von einem game pc blieb einfach schwarz also nicht bei dir beim zocken sondern bei der capture card ja alter ich weiß von ich weiß nicht wie viele streamer die probleme mit egal welcher capture card hat und so von wegen so ja stream ist noch ein bisschen die late das bild ist war ich krieg's nicht hin weil ich weiß nicht was ich machen muss so ich habe schon alles ausprobiert treiber neu installiert alles eingestellt ich finde den fehler nicht so zwei minuten später ist die person live na herzen das habe ich auch festgestellt dass also das war ja ist ja eine große thematik gewesen der wechsel also gerade bei video von 144 hertz auf also von 60 auf 144 und dieses ganze klon zeug in windows war einfach so ein riesiger blödsinn weil du konntest ja man man wollte ja früher schlau sein und seinen hauptmonitor auf 144 laufen lassen und den geklonten einfach auf 60 aber das ging ja alles nicht also ich weiß nicht ob es mittlerweile auch so funktioniert aber das konntest du ja das konntest du früher nicht machen ich denke schon also ich weiß dass ich meine letztes game mein letztes capture teil habe ich einfach genau so laufen lassen da gehst du in die windows settings rein ob du mit dem nvidia tool oder mit in windows direkt und sagst du das ist dass die capture karte wird ja dann quasi an dem hd port erkannt wie ein monitor ja und da kannst du natürlich dann einstellen das ist der hat halt nur 60 hertz also das geht das ging früher aber nicht das ist gut möglich und das war das problem dabei und früher hast du dann auch diese hast du dann auch zum reddit diese elgato anleitung gefunden ich habe mir einfach ich habe mir dann einfach eine capture card gekauft wo ich einfach alles rein lageln konnte also ich war dann an dem punkt wo ich gesagt hat ist mir jetzt egal und dann habe ich halt für ich weiß gar nicht was ich damals bezahlt habe ich glaube 986 euro habe ich mir dann die mageware karte gekauft die besitze ich heute noch die funktionieren einfach like a charm da kannst du einfach alles rein donnern und da ist das auch egal also da ist es wirklich scheißegal was du da einstellst du donnerst das da rein also ich schicke auch mittlerweile 144 144 frames rüber an den streaming pc weil ja warum nicht weil warum nicht ja das stimmt schon naja dann ist halt alles einheitlich hast du kurze nach vor aus dem chat so bild und ton asynchron hattest du damit probleme also anders gesagt hast du das hast du den ton auch mit über hdmi bei der capture card übergeben niemals habe ich auch nie gemacht ich habe auch immer von leuten mitbekommen die damit probleme hatten so von wegen so ja ich weiß auch nicht bild ton immer asynchron nach einer halben stunde und so weiter wie machst du das denn dann habe ich gesagt ja ganz normal ich gebe den ton halt über eine soundcard an dem pc aus das geht in mein mischpult rein und da gibt es keine asynchronität ja es läuft halt ja das ist so diese diese tierliebe ja die kralle die kralle im nacken ist halt nicht so geil maga hör auf so wo war ich ruhig jetzt hier ein bisschen unrund läuft ne hatte ich eigentlich nie immer wenn das vorgekommen ist bei allen möglichen capture devices dass sie irgendwann also elgato ist dafür ja super famous gewesen früher dass immer dieses delay reinkam und dann kennst du diesen ein einzigen dude in dem chat ne also bei mir läuft das einwandfrei von dem habe ich noch nie gehört also falls der mal bei mir falls der mal bei mir auftaucht oder so was ich grüße ihn dann von dir also wirklich was bei mir läuft das wer bei mir lief das und dann fragst du ja wie lange hast du geschrieben ja halbe stunde so alles klar ja aber ist ja auch nicht so ist ja denn mein lieblingssatz war auch immer ja ist ja nicht so schlimm einfach mal kurz refreshen und du sitzt dann davor und denkst du wie einfach refreshen willst du jetzt alle drei stunden die scheiße refreshen oder was so wie bei diesem tool hier voicemeter oder wie das halt wie ja irgendwann fängt das halt an zu rauschen das rauschen wird lauter dann muss man die software einfach neu starten ja genau wenn ich acht stunden streame mache ich das jede stunde mache ich das einmal oder wie ja ganz toll unfassbar also also bei mir lief das das nie nein wie was lief nie so diese ja sowas wie voicemeter oder sowas na es gibt also ich weiß dass ich weiß noch dass ein paar aus unserer bubble damals wirklich auch sowas wie voicemeter gesetzt haben weil damit konnte man halt das war wie so eine virtuelle soundkarte oder man konnte halt eine audio umleitung damit bauen genau du konntest damit halt sowas machen wie du hast dein gameplay aufgenommen du hast und du konntest den ton auf eine andere spur legen und also die den ton von vom discord also vom voice chat das war damals ja mein steamsweek auf eine andere spur legen und dann dein eigenes mikro auf eine andere spur legen und du konntest also konntest auch so sachen machen wie zum beispiel der der stream hört musik du aber nicht naja also wenn du in einem shooter bist und so weiter willst du nicht ablenken lassen aber wenn im hintergrund ein bisschen musik dudelt ist es für den chat manchmal ganz angenehm je nach spiel natürlich bei manchen spielen wäre es jetzt eher kontraproduktiv aber ja das ging mit den mit so tools und diese voicemeter und voicemeter banana und wie sie heißen die haben sich ja auch weiterentwickelt in anführungszeichen aber viele funktionen davon sind einfach von windows übernommen worden ja genau es gibt bei windows diese advanced audio settings die man super einfach reinkommt und im prinzip kannst du jetzt ja sagen okay dieses dieses gerät soll bitte auf der soundkarte was ausgeben was vorher gar nicht ging oder nur mit umwegen das ist übrigens mega geil mittlerweile ja ja das ist echt gut das spart einem eine menge also es spart einem einfach zu unnötige software also zusätzliche software die man vorher gebraucht hat ja genau also wenn ich überlege wie oft man überlegt hat damals dass man ein musikprogramm also ich habe mir extra damals ein programm gekauft was ich jedes mal starten musste um spotify auf eine andere line zu legen weil ich dann weil ich das halt auf meinem mischpult getrennt haben wollte das hatte ich gerade auch im kopf ich habe dich auch nach dieser software mal irgendwann gefragt und ich weiß dass auch einer ein zwei leute bei mir das software im blick hatten und dann hieß es irgendwann so ja die kriegt keine updates mehr und die läuft nicht mehr das war so eine 20 euro software 20 dollar software glaube ich ja genau an diesem punkt habe ich dann gesagt ja okay dann wird es halt ein tablet dann habe ich ein tablet hingestellt was nur für musik da war weil mich das so aufgeregt hat deswegen ist übrigens auch all das hier entstanden weil genau diese dinge früher alle nicht funktioniert haben also heute auch noch nicht richtig funktionieren an einigen stellen und so war das ja mit dem mit dem video zeug war das ja auch so ich hatte also ich habe mir ich habe mir diese ganzen zwischenstücke die habe ich ja auch alle mitgemacht mit dieser lgx und meine elgato capture card habe ich auch verkauft damals und habe mir halt gleich diese großen der pro sachen nach glaube ich zwei oder drei jahren gekauft weil ich dann halt selber sehr oft feststellen musste dass das halt dass das diese dass das mit dem ton immer nicht passt dass das refreshen musst oder dass die auflösung nicht reinmachen kannst und das nicht funktionieren und dies saß ananas und herz zahlen funktioniert nicht miteinander und dann darfst du deine games nur in 60 herz spielen und das sagt mir alles gar aber du hast damals glaube ich hauptsächlich auf einem großen fernseher gespielt da ist kein gaming also die ersten zwei jahre oder drei jahre ja würde ich auch wieder machen ehrlich gesagt die fernseher sind mittlerweile auch soweit also das ist das ist krass was die mittlerweile halt irgendwie können weißt du auf der einen seite gibt es in anführungszeichen keine oled gaming monitore so aber aber im fernsehbereich kommen jetzt diese klopper immer mehr raus immer größer immer schneller immer mehr immer alles so ja wenn ich mir überlege dass du von omen so ein ich glaube 120 herz 85 zoll fernseher mit 4k so denkst du auch so alles klar du hast am besten so ein 3 monitor setup unten und oben drüber hängt dann so ein 85 zoll klopper da kannst du dich zurücklehnen und erst mal schön von dem blaulicht irgendwie sonnen lassen richtig geil ja in dem bereich hat sich auf jeden fall die letzten jahre was getan ich habe mal bei einer gamescom da waren wir an dem asus stand ich bin damit nvidia da gewesen habe das video aufgenommen was auch immer und da wurde dann auch so ich glaube das war damals in 60 oder 65 zoll gerät das dann auch gsing kompatibel 120 herz bla bla dies das ananas und so oder alter und das hat damals noch also das war ich weiß nicht was der genaue preis war aber das war locker im fünfstelligen bereich und wir standen halt vor diesem fernseher und so okay ja alles klar das ist ein tolles teil so weißt du da lief halt auch nur nur so so demo zeug drauf als auch gar keine hardware gab die ein 4k display in der größe mit der herzteil überhaupt hätte befeuern können also heute auch nicht ach es gibt schon ich weiß nicht ich mache ab und zu mal so umfragen und und man hat ja auch ab und zu mal nach es gibt wirklich eine menge leute die mittlerweile auch 4k spielen wirklich auch auch im shooter bereich also wäre für mich jetzt noch nichts aber gibt es ganz klar ich meine jetzt mal jetzt mal ernsthaft wenn du dir so wenn du so eine 3090 bei dir einbaust den stärksten prozessor den es gibt und fettes system oder sowas und und du spielst halt keine ahnung tombrider ist für mich immer ein tolles beispiel so ne das hat das hat der hdr unterstützung hat super gute beleuchtungseffekte und sowas das kann auf so einem fetten großen fernseher einfach nur geil aussehen theoretisch wenn alles funktioniert und hdr ist ja auch wieder so ein ding ich stecke da nicht so drin aber du brauchst ja nur ein teil dieser kette muss das ja nur nicht unterstützen zack funktioniert die ganze hdr scheiße nicht mehr so das ist sicherlich schon besser geworden im vergleich zu früher aber ja ich glaube so ein paar kompromisse bei den ganz neuen games für 4k muss man glaube ich schon eingehen also ich habe es auch mal eine weile gemacht hier er hatte 4k bildschirm hier in der mitte zum zocken habe das auch mal geguckt und ich hatte so seine grenzen klar du hast immer irgendwelche ganz da müssen wir nicht drüber reden ich habe mal wieder eine neue gefunden also ich habe nach zehn jahren gefühlt stream und besser hat wer endlich mal eine grenze gefunden wo ich sage okay der rechner der kotzt würfel aus also 7500 scheiß die wand an mal 1440p ist halt schon ja moin da ist halt da ist da müssen die ein oder anderen pixel geschubst werden ja klar also das ist richtig krass hätte ich auch nicht erwartet ich habe so gedacht ja geil da ist ja eine 6.800 längst 10 drin ist ja easy snack so must game of hohran ich habe noch nie in meinem leben so viele lecks gesehen in den letzten jahren aber kurze frage das ist ja dann dein racing rig wir reden hier quasi sozusagen über drei monitor ja also den front monitor und zwei links und rechts ich weiß dass es im bei 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 vr brillen eine technik gibt die sozusagen erkennen kann in welche richtung du guckst und nur dieser spot wird halt wirklich komplett gerendert und alle anderen sachen werden auch gerendert aber nicht so viel mit nicht so viel last sozusagen gibt es das in dem sim racing auch dass du quasi deine sekundär monitore dass die halt eben sozusagen nicht mit der vollen auflösung befeuert werden oder sieht man immer alles du siehst immer alles also es ist halt du sitzt in dem auto drin komplett alles scharf das ist richtig krass braucht man das ja also fürs feeling ja auf jeden fall also das hat wirklich ohne scheiß kann ich dir sagen mittlerweile ist das hier so ich habe rundherum auch alles dunkel gemacht sozusagen dass du halt nach unten auch in die in die dingsraum nicht sehen kannst also ich sage auf jeden fall wenn man das nötige kleingeld dafür hat auf jeden fall das einfach das anders geil so also dein racing besteht quasi aus dem kompletten einzelnen pc der nur das macht ja in einem drei monitor system dann dieses den ja komplett die komplette rahmen konstruktionen das alles eingebaut wird plus den sitz plus das lenkrad plus normale pilferie die du halt so hast et cetera et cetera grobe hausnummer von deinem racing rig inklusive allem jetzt es muss nicht auf den letzten euro genau sein okay es muss nicht auf 100 euro genau sein 12.000 wird jetzt aber gerade wieder mehr weil ich ja noch sachen gekauft habe ich habe da ich habe übrigens letztens haben wir witzigerweise ich bin ja immer 12.000 euro ja okay ohne streaming hardware dazu da hängt ja auch noch eine menge dran zum stream also das ist nur zum fahren da kommt dann aber noch mal was dazu ich habe das letzte letztens witzigerweise weil ich bin ja bei sowas immer sehr transparent mir wird immer gesagt ich flex damit aber für die leute die das interessant finden habe ich das letztens auch ausgerechnet in der tat ich habe eine excel tabelle aufgenannt habe sie wird flex genannt und habe alles zusammengerechnet also ohne excel tabelle wo hast du das denn das habe ich mir bei dir abgeguckt das habe ich mir bei dir abgeguckt ja das sind in der tat aktuell also ohne die neuen sachen die ich jetzt bestellt habe 11.877 euro und mit streaming hardware dazu sind wir dann bei 23.250 euro und mein ganzes büro habe ich auch noch zusammengerechnet falls du das auch noch wissen möchtest hau raus komm jetzt jetzt wird flex immer richtig jetzt flex wir richtig 45.286 euro ich hoffe du machst das auch mal mich wird das wirklich mal interessieren also nicht des flexes wegen sondern einfach nur mal so aus interesse weil du hast ja auch so viel shit ja im laufe der zeit dass ich was angesammelt aber wenn ich jetzt nur das berechnet würde was ich jetzt hier so gerade habe und nutze ja auch aber können wir mal machen klar können wir auf jeden fall mal machen das wird sich also ich weiß dass meine letzte hardware liste mal auch so um den irgendwo zwischen 15 und 20 am ende raus kam dazu sage ich dann aber auch jedes mal das sind sachen die sind hier seit fünf jahren gewachsen ich bin nicht hingegangen hat gesagt ich brauche das jetzt so alles klar give me the money ja sondern sondern das ist halt keine ahnung da waren ein paar monitor wobei die sind dann die hätte ich mir selber wahrscheinlich eher nicht gekauft weil weil die halt das war dann halt premium segment da hätte der monitor als er rauskam 700 euro gekostet und er habe ist sein geld absolut wert gewesen aber hätte ich mir den selber gekauft hätte ich wahrscheinlich zwei stufen niedriger geholt so weil preisbewusster so was in der richtung das ist auch alles im grünen bereich aber ja man vertut sich da schon schnell absolut absolut ich habe mir ich habe mir den ohren geschlackert als ich das zusammengerechnet habe 40.000 da denkst du dir auch so alles klar und denn ist ja noch nicht mal die ganzen sachen drin die man schon ausgewechselt hat die sind ja die zählst du ja dann gar nicht mit rein so weil irgendjemand hatte irgendwie das war das mit dem weil die leute fragen immer nach dem rennzeug und ich gucke da halt nicht nach weil es bei mir also was heißt ich gucke da nicht nach ich schaue ist geld auf dem konto alles klar will ich das machen investiere ich darin und dann wird das gekauft so und dann rechnest du das halt nie zusammen aber wenn du also jetzt mal ohne scheiß wenn du dich da hinsetzt du fährst dir halt so hardcore an die stirn weil du denkst alter was hast du mit deiner ganz cola nicht angestellt die letzten jahre du idiot okay ich habe auch ein bisschen racing hardware ich habe ein lenkrad eins ja geil ich habe auch nur eins also das ja ja klar nein ich habe ich habe vor jahren mal ein trust master lenkrad auch über eine promo halt bekommen und dann bin ich zwei drei mal mit also zwei drei meiste untertrieben ich bin damals damit schon ein bisschen durchgegen gefahren ich finde das sehr faszinierend und man ist es auch sehr interessant wie sehr man wie schnell man so drin ist so selbst wenn du nur auf einen monitor staust und wie du vorhin schon sagtest du sitzt ja im t-shirt weil du weil du halt gerade rennen gefahren bist das ist echt krass wie sehr das in die arme geht und in alles so weil du halt diese emotion die ist halt voll da und ich kann mit ich habe noch nie in so einem großen racing rack gesessen aber ich kann mir schon vorstellen dass das dann noch mal das ganze noch mal noch realistischer für dich in deinem kopf macht ja hast du mal rennen in der vr gefahren ja früher ganz früher mal ist nicht vergleichbar weil das ist vergleichbar nur hat sich meines erachtens dort nicht wirklich viel getan was grafik angeht und für den stream die ganze zeit dieses geschüttelt sich anzugucken ist halt super unangenehm und für den für den stream kannst ja ein fixed image nehmen ja kannst du machen aber das ist alles wieder so viel hin und her und rumgedödel und das hat mir damals auch nicht so gut gefallen und ja witzigerweise liegt meine vr-brille seit einem halben jahr in meinem auto hinter meinem rücksitz warum weiß ich nicht weil ich sie noch nicht rausgenommen habe und jedes mal jedes mal wenn wir darüber reden fällt mir ein scheiß oder der vr-brille sitzt hinter dir im auto und jedes mal wenn du wieder was ins auto räumst und das siehst denkst du ja jetzt nimmst du mit ja mach ich nachher wenn ich nach hause komme und jetzt ratet mal was ein halbes jahr nicht passiert ist liegt im auto das problem ist einfach die tüte schwarz der sitzt das schwarze der boden auch und dann fällt das auf ja ich bin was sowas angeht das war etwas weird weird flex but ok jetzt hör auf jetzt nenn das nicht flex ich habe es wirklich vergessen du weißt wie es ist wenn man vergisst ich weiß genau wie das ist ich habe hier bei mir in der bude genauso viele sachen also jetzt nicht genauso ich habe genau ich habe auch solche sachen die einfach da rumstehen und ich denke mir so benutze es doch mach es doch oder räum es weg keine ahnung also da brauche ich brauche ich brauche ich egal in welche richtung ich gucke da ja es ist okay es ist okay aber zurück zum thema okay also über das vr-thema brauchen wir glaube ich jetzt nicht so einsteigen da ich habe auch nicht wirklich viel mit vorher gemacht wir sind ja auch nur über den racing rick gestolpert wegen 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 thema video und capture cards bei dem bei dem racing rick haben wir ja schon mal darüber gesprochen benutzt du quasi keine capture card sondern du gehst den ndi weg das heißt du hast auf dem gaming auf dem racing rick so viele begriffe muss man nicht durcheinander kommen hast du auch eine obs instanz laufen die capture das spiel ja aber nur den hauptmonitor wahrscheinlich alles alles okay alles und schickt das dann quasi per mdi über der netzwerk rüber und das aber über eine direktverbindung also sprich du hast du hast du gehst über eine gigabit netzwerkkarte also nicht eine 2.5 sondern eine standard gigabit netzwerkkarte und ballast quasi über direktverbindung zu einer anderen netzwerkkarte in deinem stream pc das ganze wie über eine capture card darüber okay ja weißt du weißt du ob ob die ob das voll ausgelastet wird so von der bandbreite hast du das mal angeschaut das sind 144 m bits ja ich habe irgendwie so nett mieter also ich zeig da so drauf weil das hier an dem außen ist das net meter drauf 144 m bits das kann schon sein ja das kann schon sein also so als referenz wert wenn man das noch von von den anfängen von nvidia's shadowplay kennt da konnte man am anfang meine ich auch solche sachen einstellen wie in welcher qualität und das ging glaube ich bis 100 m beto so also das ist das ist dann schon aber das ist dann schon wahrscheinlich komprimiert gewesen egal 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 lass uns daran nicht aufhängen und das funktioniert für dich gut ist die größte scheiße auf dem ganzen planeten sag ich euch weil das ist weil das sonst so ein richtiges scheiß tool ist das ist überhaupt nicht wie sagt man verlässlich weil du bei ndi ist es halt so wenn deine grafikkarte irgendwann über 90 prozent kommt fängt das bild an zu stottern. Weil natürlich in OBS dieses Bild auch noch mit der Vorschau verarbeitet werden muss. Das heißt, du bist eigentlich immer nur am rumstruggeln, dass du unter diese 90% kommst. So, jetzt wird wahrscheinlich der gewiefte Alex kommen. Naja, das kannst du ja auch mit einem Programm einfach so festmachen, dass die 10% nicht angepackt werden. Und da ist schon wieder so der Punkt, wo ich sage, nee, das ist keine Lösung. Weil das ist scheiße. Schon wieder extra Tools für so einen Piss installieren, fällt aus. Erstens das. Das habe ich glücklicherweise hingekriegt, weil natürlich die Grafik ein bisschen runtergeschraubt, sodass mehr übrig ist. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Und den habe ich glücklicherweise nicht. Aber mein Kollege SIS-EI dass ständig, wenn zu viel Ladung auf deinem Rechner ist, der für eine ganz kleine Sekunde das nicht verarbeiten kann, versetzt sich Ton und Bild. Und zwar ständig. ständig. Und das nicht zu knapp. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, nee, deinstallieren, weg den Scheiß. Und ich habe das auch nur, weil es keine andere Möglichkeit gibt, das vernünftig zu übertragen über HDMI oder irgendeine andere Möglichkeit. Und das regt mich richtig auf. Weil du sonst drei HDMI-Inputs bräuchtest für drei Monitore sozusagen, ne? Genau. Okay, wilde Idee. Du könntest deine deine Vorschau auf deinem Stream, auf deinem Racing-Rig könntest du deaktivieren. Ja, hab ich. Hast du, okay. Okay, okay, okay. Ich habe auch schon, äh, äh, also ich habe schon echt, also bei mir geht's, bei mir geht's. Es ist okay. Also meine Lösung funktioniert. Ich mag das einfach nur nicht, weil du nämlich wieder mit einem extra Programm, aka Forcebind, äh, Forcebind IP heißt das, OBS, wie eine BAT-Datei an die Netzwerkkarte tackern muss, damit der das explizit da rüberschickt. So. Aber NDIS ist natürlich wieder so clever. Oh, was? Irgendeiner telefoniert mit mir? Wait a second. What? Nee, das kann nicht sein. Nee, ich krieg kein Bild. Was? Nee, dann musst du OBS nochmal neu starten. Okay, OBS neu starten. Hä? Was? Da telefoniert er. Das Ding ist ja, der andere Ochse, der gerade hier ist, der weiß, dass der da drüben mit dem telefonieren. Aber der überträgt kein Bild. So. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache. Und da wäre ich schon wieder richtig tilten, wenn ich an sowas denke, weil das die bekloppteste Kacklösung ist auf dem ganzen Planeten. Dann hab ich mir so einen Refresh-Knopf angeschafft, dass du das mal an und ausmachen kannst, ja? Also in deinem OBS. Das Ding ist ja, ich sitze ja physisch da drüben und komme hier aber nicht hin, weil da muss ich aufstehen. So, jetzt kommt der Gag, pass auf, Alex. Jetzt kommt der größte Gag auf dem ganzen Planeten. Zünd den Knaller, komm. Du musst einfach mit der verfickten Maus da draufklicken und das an und ausmachen und dann geht's. Aber über Stream Deck, wenn du das an und ausmachst, geht's nicht. Dieser Fehler ist so bekloppt, da krieg ich so einen Hals. Du machst den Rechner an und weißt du, was noch viel witziger ist an der ganzen Scheiße? Wenn du den Rechner vorher zehn Minuten warm laufen lässt, dann kennen die sich. Dann funktioniert das. Ja, dann funktioniert das einfach frei. Aber sobald du das instant anmachst, ist hier schwarzes Bild und der erkennt das nicht. Ey, da wirst du wahnsinnig bei. Und dann hast du halt so eine Kacke wie, ja, okay, ich will den vier Stunden will ich racen und lässt da drüben halt einfach mal eine halbe Stadionbeleuchtung anlaufen, damit hier ein Bild ankommt. Das ist so bekloppt, das kannst du dir nicht vorstellen. Bis ich das rausgefunden habe, ist dann sehr viel Zeit ins Land gegangen. Von NewTek gibt es ja auch Tools. Also NewTek ist quasi der Herausgeber von NDI. Ich habe mich da nicht so mit beschäftigt wie du offensichtlich. Ich benutze das nur für meinen Küchen-PC. Du ja meine ich sogar auch. Von NewTek gibt es auch Tools, mit denen man quasi den Bildschirm abgreifen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob der auch die komplette Bildschirmbandbreite von allen Bildschirmen abgreifen kann. Das soll laut dem, was ich gelesen habe, weniger Last verursachen, wie beispielsweise ein OBS. Vielleicht hast du dieses, die können nicht miteinander kommunizieren, nicht bei, wenn du nicht das Plugin von OBS benutzt, sondern gar kein OBS, sondern nur die Tools von NewTek direkt. Ja, das Problem ist ja, wie Christen, das dann in den Shooting-Rechner rein. Also du müsstest ja drüben, gibt es ja theoretisch deine Source eigentlich, gehe ich von aus. Also ne. Richtig, genau. Genau. Und dann müsste der das ja hier quasi finden. Also die NewTek-NDI-Lösung basiert ja quasi auf so einem Broadcast, sage ich jetzt mal. Also wenn du deinen Racing-Rig, ob der jetzt eine OBS-Version sagt, hallo, ich bin im Netzwerk, greif mich ab oder ob das jetzt NewTek direkt das Plugin, also das Standalone-Tool ist, das dürfte sich nicht viel tun, ehrlich gesagt. Ich habe es vor Ewigkeiten einmal ausprobiert und für mich war zu dem Zeitpunkt die OBS-Lösung die bessere. Also habe ich da auch keine Erfahrung, aber das könnte man nochmal ausprobieren. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt mehrere Bildschirme unterstützt. Just saying. Ja, das ist ja der Vorteil wieder an OBS, du kannst ja dann das Game-Capture machen. Ja. Und dann kannst du das ja so hinkroppen, deswegen nutzt du ja quasi das, weil du musst ja, das ganze Bild wird ja gecaptured und du cropst das dann halt runter. Aber dass die sich untereinander nicht finden, ey, ohne Scheiße. Ich habe mal eine halbe Stunde gebraucht, dass das angefangen hat zu laufen, bis das angefangen hat. Und irgendwann habe ich zum Chat gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt eine rauchen, habe keinen Bock auf die Scheiße, komm wieder und dann läuft hier ein Bild, habe nichts gemacht. Kannst du nicht ausdenken, die Kacke. Und dann kannst du ja auch immer noch nicht irgendwelche Netzwerk-Devices nutzen und musst dir irgendwelche BAT-Dateien schreiben, damit du das dann in eine Netzwerkkarte binden kannst. Und jetzt kommt noch, pass auf, jetzt kommt das noch viel, viel witziger, pass auf jetzt. Jetzt setz dich hin. Ich bin mit IGA telefoniert abends und sage so, ey Sascha, du benutzt ja auch NDI, funktioniert nicht. Und dann sagt er so, na dann start doch OBS einfach mal ohne die BAT-Datei. Dass er das nicht auf die Netzwerkkarte bindet. Mhm. Ich klicke da drauf, eine Sekunde Bild. Hat eine Sekunde. Seitdem mache ich das so, also ich benutze gerade nicht die Extra-Leitung, weil ohne die Extra-Leitung finden die sich in einer Sekunde. So und das erklärt mir mal einer. Da sitzt du halt wirklich davor und denkst so, bist du denn total bescheuert? Was soll denn diese Scheiße? Ich verstehe. Ja. Das sind so, das sind so die kleinen, äh, Problemchen, wo dann wahrscheinlich die, die nicht Windows-User sagen so, pfff, pfff, kein Problem bei uns, easy, ne? Und die Windows-User so, mhm, ja. I know that feel. NDI. Sound-Problem in NDI. Schon dafür, ich bin so froh, dass ich keinen Sound übertragen muss. Ich würde auch immer Video und Audio getrennt voneinander übertragen. Mach das niemals beides auf einmal. Das heißt, dein Racing-Rig, äh, gehst du auch ganz normal in dein Mischpult rein und da mischst du den Sound und, ja. Mh, ja. Also mein Mischpult ist über USB dran, weil physische Eingänge hat das nicht mehr, das voll. Mhm. Und über, ähm, über, äh, USB hat das nochmal 360 extra, also 30 rein, 30 rein. Mhm. Ja. So mach ich das, genau. Also mein, die Erfahrungen mit NDI, äh, auf meiner Seite sind sehr, sehr, sehr beschränkt. Ich, äh, nutze das quasi hauptsächlich für meinen Küchen-PC, wenn ich, äh, da koche. Das ist eine ganz alte Kiste, also der, der hat gebraucht bei Ebay letztes Jahr 100 Euro gekostet, 110 Euro mit Versand und so weiter. Äh, also wirklich eine alte Kiste. Da hab ich da extra so eine kleine Matchball-Karte eingebaut. Das ist das Teuerste. Also, also die Matchball-Karte kostet, keine Ahnung, 500 Taken, eine Dual-Dual-Karte. Und, ähm, das war auch ein bisschen so, passt das überhaupt da rein mit den Pisa Express-Flots? Gerade bei solchen alten Kompakt-PCs ist das immer so eine Frage. Äh, hat aber geklappt. Da sind dann zwei, ähm, 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 Kameras angeschlossen. In dem Fall sind es aber auch nur irgendwelche GoPros. Und ganz ehrlich, ich hasse GoPros. Ich hasse GoPros, wenn man sie zum Streamen benutzt. Ja. Das macht keinen Spaß. Andauernd fällt der HDMI-Handshake aus, wenn du sie das erste Mal einschaltest und du hast ein gedrücktes Bild mit schwarzen Balken oben und unten. Äh, manchmal überhitzen die Dinger einfach, obwohl sie, weißt du, sonst 24 Stunden streamen, kein Problem, die Kamera läuft durch. Du hast nichts verändert, am nächsten Tag, oh, ich geh mal aus, weil ich bin ja ein bisschen zu warm. So, ne? Ohne, ohne dass der Akku drin ist, ohne dass man irgendwie auf 60 FPS oder sowas geht, ne? Also, so die ganzen Klassiker deaktiviert. Ne? Also, GoPros finde ich zum Streamen wirklich Katastrophe. Und eine USB-Webcam. So, OBS macht sein Ding, gibt das Ganze dann per NDI im Netzwerk aus und ich kann jederzeit halt da hinschalten, ne? Wir haben vorhin auch kurz in der Küche gekocht, eine Kleinigkeit. Ich übertrage auch da den Ton nicht über NDI, sondern ich geh dann halt über ein kleines Funk-Headset, das ich mir eben anklemme, ne? Und das funktioniert für mich sehr gut. So, und die Nachteile oder die Probleme, die ich dabei hatte, das ist wirklich eindimensional. Also, ich wüsste jetzt nicht, wann das mal... Also, ich hab das mal versucht, ich hab mal so einen WLAN-Adapter dafür für den PC gekauft, damit ich kein Kabel in die Küche legen muss, weil das ist hier so vom Schnitt her ein bisschen sehr beschissen, da ein Kabel rüberzulegen. Auch so ein ganz flaches Kabel, was man in den Boden legt, ist nicht so optimal. Und da hat dann Windows war dann irgendwann so der Meinung, ja, das Gerät wird ja nicht benutzt, wir schalten das mal aus. Alles deaktiviert, alle Stromsparmodi ausgeschaltet, alles irgendwie auf, du musst immer voll Gas machen. Hab sogar eine Butt-Datei geschrieben, dass immer ein Ping an der Web-Adresse geschickt wird, dass halt die... dass quasi so ein bisschen Load simuliert wird, in Anführungszeichen. Ja, an einem Tag läuft's sauber durch, am nächsten Tag fällt's wieder aus. Okay, alles klar, hier ist mein Kabel, ne? Aber das hat ja nichts mit NDI dann am Ende des Tages. Letztens, also den... Da ist das Bild super. Super, ist richtig toll. Das, wo du das gerade, äh, äh, wo du das gerade mit den GoPros gesagt hast, ist mir letztens auch aufgefallen, weil ich erst hinten, also da oben hängt noch eine Kamera da in der Ecke und da war auch eine GoPros dran. Was war die Leger, ne? Äh, nee, 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 nee. Das ist eine Sony, äh, FTX, die ist halt auf den Racing Rechner, dass man über den Kopf gucken kann. Und, ähm, du hast dann, äh, zu dem Zeitpunkt hast du halt echt Schwierigkeiten gehabt, äh, mit diesem, was du gerade erzählst, mit den schwarzen Balken. Und ich hab die am Anfang, hab ich gedacht, warum ist denn die Qualität so scheiße? Hä? Und warum sind da schwarze Balken drin? Hä? Und dann irgendwann hab ich das Ding einfach mal neu gestartet und dann waren die weg. Und ich hab gedacht, was ist das denn für eine Dreckskamera? Hä? Und vor allen Dingen reicht es ja auch, wenn du es einmal rausziehst und wieder reinmachst. Dann geht's ja danach wieder. Manchmal muss man auch zehnmal raus und wieder rein. Also, I don't know. Das war super weird. Aber am Ende, die einfachste Lösung ist ja, wenn du es ausschaltest und wieder anmachst. Ja. Ja. Das ist true. Aber so eine GoPro braucht halt auch ein paar, also die älteren, die ganz neuen wahrscheinlich nicht mehr, aber die ältere GoPro, die braucht ein paar Sekunden, um hochzufahren und zu sagen so, haha, ich bin wieder da, ich gebe ein Bild. Oh, mir ist ein bisschen warm. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Das mit dem Overheat hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Also, ich hab 2018er oder so, glaube ich, scheißen die. Sag mal, das war 180 Euro. Das ging. Ja. Aber die liegen auch noch am Schrank. Ich hatte die halt in der Küche, weil ich mir gedacht hab, naja, die scheiß Dinger kannst du ja einfetten, da kannst du ja, weiß ich nicht, kannst du Atombomber dranbinden. Das können die ja. Dafür sind sie ja gut. Absolut. Dafür sind die ja gut. die GoPros sind relativ, ich meine, das ist eine Action-Kamera, womit du draußen mit deinem Mountainbike rumfährst und die kann noch tausend auf den Boden fallen. Ja, es gehen Kameras auch mal kaputt, keine Frage, aber die sind schon, ich bin jetzt in dem Thema nicht so drin, aber ich würde mal sagen, der GoPro ist grundsätzlich sehr solide. Abgesehen, auch bei den neueren kannst du ja auch mittlerweile die Linse abdrehen und quasi eine neue drauf machen, also das Cover, was dann da drauf sitzt insgesamt, finde ich auch gut. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch ging. Wahrscheinlich ging es früher auch, wenn man das gehackt hat, also wenn man sich da reingeklemmt hat, so, und jetzt geht es halt standardmäßig, dass man das abdrehen kann. Ja, damit du halt andere Linsen drauf machen kannst. Das ging früher nicht, die musstest du abmachen. Ja. Ja. Schwierig. Naja, also MDI, okay, ich habe schon gemerkt, ich habe da so eine kleine Wunde aufgerissen, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wird bei dir laufen. Ja, also tut es, also jetzt ja schon, ich habe keine Ahnung, das ist halt auch so ein Dünnschiss, da findest du wieder im Internet nichts Solides für, weil jetzt in meinem Chat schreibt schon wieder einer irgendwas, das hatte ich auch schon gelesen und da sagen andere Leute auch wieder, dass das Quark ist. Also nicht in meinem Chat, aber du kannst ja theoretisch, also auch für alle Leute da draußen, in OBS selber deine Netzwerkkarte auf irgendwas beinden und das hat eigentlich gar keine Funktion. Also wenn du jetzt, ich weiß ja nicht, ob du bei dir jetzt mal in dein OBS gucken kannst, du hast ja die Möglichkeit, in deinen erweiterten Optionen kannst du das ja an dein Netzwerkinterface tackern. Ja. Das hat aber keine Funktion. Ich meine, das ist nur dafür gedacht, welches Interface zum Senden des Streams gemacht ist. Das hat keine Funktion. Du kannst halt, du gehst auch live, wenn du deine andere Netzwerkkarte ausgewählt hast. Das ist super weird. Also deswegen benutze ich ja, also weil es auch gerade im Chat stand, das Force IP, weil diese, warum auch immer das da drin ist, nicht das macht, was es machen soll. Also gerade auch für NDI. Und das ist ja, also das ist für mich eine offene Wunde, weil mich das wirklich mehrere Stunden gekostet hat, rauszufinden, wie man ein Drecksprogramm an eine IP beinden kann. Weil das ist wie früher mit dem Sound. wir werden in Windows wahrscheinlich bald so eine Option haben im Netzwerk, wo du dann sagen kannst, ey, diese Applikation, geh auf diese Netzwerkkarte. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist wie mit dem Sound früher. Das ist genau derselbe Käse. Aber ja, es ist eine offene Wunde. Jetzt nicht mehr, gerade aktuell, aber ja. Ich überlege gerade, aber grundsätzlich, also Linux-mäßig, also ich möchte jetzt keinen falschen Bullshit labern, weil ich bin da super lange raus, aber du kannst doch eine, du kannst doch eine Hardware fest an einer IP-Adresse binden, beziehungsweise einen Netzwerkadapter binden. Also unter Linux bin ich mir 100% sicher, dass es geht. Ich weiß es nicht. Ja, aber ist egal. Wir schweifen gerade schon, wenn du so ein bisschen labell bist. Es geht heute um Video. Es geht um Videoübertragung im weitesten Sinne und natürlich alles, was mit Video zu tun hat. Ja, aber das ist doch gerade das Witzige. Ich glaube, so für alle Leute, die da mal solche Probleme haben, es geht ja auch um Video. Weil NDI, also im Grunde genommen ist NDI ja die sparsamste Lösung, um alles zu übertragen, was es gibt. Also wenn du wirklich eine komplette, eine komplette Kabel nur dafür ziehst, kriegst du da glaube ich sogar 4K drüber geschlittert. Also für Streaming-PC-Geschichten ist das eigentlich das günstigste, was du machen kannst. Wenn du beispielsweise einen Stream-PC aufbauen möchtest und gehst, sparst du dir dann die Capture-Card. Das Problem, was ich früher mit NDI halt hatte und das sieht man auch in ganz, ganz vielen älteren Videos oder Videos, die man, also die NDI erklären oder auch zeigen, wo die Limits und so ein bisschen liegen, dass bei schnellen Spielen, auch Rennspielen, Shootern und so weiter, dass es halt sehr schnell Artefaktbildung gibt und so weiter. Hast du das bei dir noch? Weil im Prinzip macht OBS ja nichts anderes als es Capture das ganze Ding. Also virtuell sozusagen. Du hast keinen Adapter, der das halt abgreift, Bild für Bild, sondern es wird, der Bildfeed, also der Videofeed wird genommen, der wird virtualisiert, also wird aufgenommen, digitalisiert und wird dann quasi encoded über das Netzwerkkabel rausgeballert. Und je nachdem, wie viel Bandbreite du hast, desto mehr in das typische RAW-mäßige geht es, also desto mehr Bildinformationen werden übertragen. Das war jetzt falsch ausgedrückt, aber je mehr Bandbreite du hast, desto besser kann das Bild dann in dem Moment aussehen. Hast du das überhaupt? Ehrlich gesagt, hat sich bis dato noch keiner beschwert über die Qualität. Also dementsprechend kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Also bei meinen damaligen Tests dabei bin ich jetzt nicht über eine dedizierte Leitung gegangen. Also ich habe nicht den Game-PC mit dem Stream-PC über eine einzelne Netzwerkschnittstelle verbunden. Du hast ja wahrscheinlich auch im Vollduplex dann laufen, nehme ich mal an, oder das wird automatisch so eingestellt sein. Und dadurch kommunizieren die halt mit der effizientesten, mit der Bandbreite intensivsten Möglichkeiten miteinander. Also die Leitung wird nicht schneller, aber ist halt exklusiv, in Anführungszeichen jetzt. Genau. Auch wieder falsch ausgedrückt. Und ich verstehe nicht, ob NDI von sich aus versteht, wie viel Bandbreite es theoretisch hat und dann automatisch alles nimmt, oder ob man das noch einstellen kann. Weil im OBS-Plugin kann man, soweit ich weiß, nichts einstellen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also damit habe ich überhaupt gar keine Erfahrung gemacht. Also, ich glaube bildtechnisch, wie gesagt, dass sich noch keiner beschwert hat, gehe ich davon aus, dass es okay ist. Okay. Aber danach, also das sind auch so Dinge, die fehlen noch so ein bisschen, ne? Bei NDI. Weil jetzt überlege ich mal, wir sind ja jetzt quasi bei dem Standard, damals gab es 10 MBit, dann 100. Ja. Gigabit ist jetzt Standard, ist überall mit drin, jeder neue Router hat einen 100 MBit-Anschluss, 1000 MBit, also einen Gigabit-Anschluss. Es gibt immer noch, es gibt sogar noch Router, die haben nur einen 100 MBit-Anschluss, aber das sind meistens dann so WLAN-Geräte, aber ich schweife auch gerade schon wieder ein bisschen ab. Worauf ich hinaus wollte war, wir haben ja jetzt über dem Gigabit-Anschluss haben wir ja für zu Hause, es gibt schon diverse Mainboards, die haben schon 2,5 GHz-Anschlüsse, es gibt, ähm, Gigahertz, mein Gott! 2,5 MBit, äh, Gigabit. Mein Gott, ey, jetzt bin ich gerade selber durcheinander gekommen. Der kommt nicht immer durcheinander. Ja, also wenn wir jetzt mal ganz, ganz einfach an Zahlen sprechen, ähm, früher gab, ganz früher gab es den 10 MBit-Anschluss, dann 100 und dann 1000. 1000 sind 1 Gigabit, ja? Ja. Und 1 Gigabit ist absoluter Standard. Natürlich gibt es mittlerweile darüber auch weitere Standards oder beziehungsweise weitere Geschwindigkeiten, die von Standardgeräten unterstützt werden, da reden wir von 2,5, von 10 und auch darüber hinaus sogar noch mehr. Da kann man aber auch sehr schnell sehr viel Geld ausgeben und jetzt wäre dann die Idee, wenn du schon deine, 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 deine Auflösung hochschraubst, also sprich, wenn du sagst, du spielst auf 4K als Beispiel, dann brauchst du ja theoretisch noch mehr Bandbreite oder kann das was? Bringt dir das was? Kann, geht dann, geht dein NDI auf und sagt so, okay, alles klar, ich nehme jetzt hier einfach mal, ähm, äh, 2,5 Gigabit halt irgendwie an, an Start und baller das da durch oder kann das gar nicht mehr verarbeitet werden? Wo liegen da die Limits? Ich glaube, da gibt es so eine Standardisierung in deren, deren Protokoll. Also wenn ich mich immer, also wenn du dich immer ein bisschen reinliest, äh, dann werfen immer Leute so ein paar, äh, Zahlen um sich, die quasi rausgegeben werden. Also bei mir ist, wie gesagt, wenn ich gucke, sind das 144 Mbit. Mit 10, also Full HD 60. So und ich denke, wenn du jetzt, äh, 4K ist 4 mal so viel, ja, ne? Ungefähr, 5 mal irgendwo. 4K ist ziemlich genau 4 mal so viel wie 1080p, ja. Ja, genau. Und zwar exakt genau so viel. Na, dann könntest du ja theoretisch 8 reindonnern. 8. Also 8 mal Full HD würde da rein, naja, nee, nicht ganz. 5, 6. 5, 6 könntest du reindonnern. Also theoretisch ist noch ein bisschen Kapazität über, ja. Aber es wäre halt trotzdem... Alleine deshalb werde ich schon, alleine deshalb werde ich schon mal Bock, das mal mit einem Stream-PC auszuprobieren, ne? Das wäre jetzt für mich ein bisschen, in Anführungszeichen Aufwand, das wieder umzubauen und sowas, aber ich hätte Bock, ich hätte Bock, ich habe gerade geschaut, in meinem Game-PC habe ich leider keine zweite Netzwerkkarte standardmäßig Onboard mit drin. Mein Mainboard hätte aber auch nur den typischen Gigabit-Anschluss. Das heißt, ich müsste dann für eine höhere Bandbreite sowieso eine neue Netzwerkkarte haben, ne? Dam, dam, dam. Ja gut, aber da kannst du doch einfach für 10 Euro eine schießen, eine externe. Ja, so eine PC-Express halt, ne? Das wäre jetzt nicht so das Problem. Habe ich, muss das hinten auch gemacht. Würde nicht in meinen Stream-PC reinpassen, wenn ich eine Capture-Card einbaue. Ja, kannst ja USB-C, reicht auch. Ja, ja, ja. Würde auch gehen. Also, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man das einigermaßen vernünftig zusammentütert, könnte das echt gut sein. Aber ich dachte, ja? Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit NDI damals gehabt, weil man hat halt, wie gesagt, schnell diese Artefaktbildung gesehen, speziell bei Shootern, mit schnellen Bewegungen. Und da war für mich dann halt schnell, okay, ich kann fast nichts einstellen bei der Software. Also, du kannst ja fast wirklich nichts einstellen bei der Software, außer vielleicht mit irgendwelchen Textdateien, Infodateien. Also, ne? Da war ich dann wieder schnell bei einer Capture-Card, weil Capture-Card, okay, ja, kostet Geld, aber läuft, ne? Keine Probleme, die haben sich, die finden sich, da gibt es keinen, die finden sich nicht. Ne? Fertig. Und was auch noch dazu kommt, darf man nicht vergessen, was ist da gerade so Spannendes? Ne, meine Katze hat gerade richtig hart gejault, so, fast gestorben. Okay, hab ich hier nicht gehört. Ja, 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 aber geht's dir gut, Mama? Sorry. Was ist los? Steht gerade auf. Okay, gut, lebt, alles klar, weiter. Sorry. Mega Schock. Was du bei deiner Lösung nicht vernachlässigen darfst, ist ja, du hast OBS noch zusätzlich laufen und es gibt nach wie vor ein paar Spiele, die einfach nicht gut gecaptured werden können. Also, es ist nicht die eiligen Wollmilchsau. Für dich mit dem Racing, funktioniert das, keine Frage, aber es gab zum Beispiel die Spiele wie PUBG oder auch Apex Legends, die lange Zeit am besten nur mit Admin-Modus den OBS gestartet werden müssen, damit die Performance gut ist, damit das nicht ruckelt, damit es keine Mikro-Lags gibt oder sowas, damit das nicht so ein bisschen stottert. Also, ich hab das damals selber erlebt und wollte dann immer so den noch, auch einen schlauen Weg gehen und zwar, ich wollte nicht das Windows-Clone benutzen, sondern ich wollte halt OBS auf dem Game-PC laufen lassen und das dann einfach über den Projector-Modus auf der Capture-Card ausgeben lassen. Und das funktioniert auch super. Man braucht dann natürlich trotzdem eine Capture-Card. Ja, jetzt kommst du, okay. Aber der Projector-Mode ist nicht hundertprozentig frame-accurate. Der ruckelt. Das mag sein. Bei allen Spielen, die ich gespielt habe, lief das super. Auch da wieder keine Beschwerden, alles schön 60 FPS und so weiter. Aber wie gesagt, bei den Spielen hatte ich da meine Probleme und das war auch im Netz bekannt. Dann kamen diese Updates raus. Nvidia arbeitet mit OBS zusammen und da wird einer daran gefummelt und mit Microsoft zusammen wegen dem Game-Modus und so. Also das ist ja noch nicht lange her. Das ist ein Jahr her, würde ich sagen. So, und ich behaupte jetzt mal, das ist schon deutlich besser. Aber es kann auch weitere Probleme damit reinbringen. Aber das sind so Sachen, die haben wir früher gemacht. Das muss ja nun mittlerweile echt kein Mensch mehr machen. Also dieses Projector-Ding. Das muss ja nur wirklich keiner machen. Ich glaube, das ist auch immer so eine Budget-Frage. Also ich meine, NDI schwören ja auch super viele Leute drauf und ja, pack mal jetzt hier ab mit deiner Mage-Rail für 1000 Euro. Die braucht doch kein Mensch mehr. Inwieviel Vorhand lesen wir sowas? Und ich sage mir dann immer, ey, wenn du da Bock drauf hast und das für dich cool ist, okay, für mich ist die andere Lösung einfach besser, okay? Klar, klar. Und das war ja mit den, das war ja damals bei den 144 Hertz-Dingern, war das ja dasselbe, was du gerade gemacht hast mit dem Rüber-Projektor. das haben ja ganz, ganz viele Leute damals gemacht, die gewechselt haben zu ihren 144 Hertz-Sachen, weil die sich alle, weil die, genau, die Monitor, weil die sich ja alle diese Capture-Karten nicht kaufen wollten. Da gab es ja Elgato nicht mit, also für einen Einsteigerpreis, wo man 144 Hertz mit Capturen konnte. Ja. Ich überlege gerade, also, ja, aber da kamen dann wiederum diese Anleitungen mit rein, die, hey, wie kriege ich meine Elgato, also die ich bei Reddit gefunden habe, die ich vorhin meinte, wie kann man eigentlich auf 144 spielen, aber das trotzdem Capturen, so, und das ist eigentlich nicht wirklich komplex und kompliziert. Ich glaube aber, das war auch mehr oder weniger ein Fehler oder ein Bug oder nicht gut einzustellen unter Windows und das geht mittlerweile einfach, weil mittlerweile, ohne Scheiß, du klonst dein Bildsignal, ja, du schließt deine Capture-Kart ganz normal in den HDMI-Port an, du klonst den Hauptmonitor da drauf, du stellst den Hauptmonitor unter Windows oder in dem NVIDIA-Tool als Beispiel, wenn man NVIDIA jetzt nehmen würde, dann auf 144 Hertz G-Sync an oder aus. Ich spiele mittlerweile auch viele Spiele aus, weil wenn du, wenn die Performance da ist, brauchst du kein G-Sync, meine Meinung, und dann funktioniert das auch einfach. Also, da muss ich nichts groß hier einstellen. Dann steht das Capture-Gerät auf 60 Hertz, weil das Capture, die Capture-Karte sich halt als Monitor verkleidet, meldet so von wegen, so hallo, ich bin ein 1080p-Gerät oder 1440p-Gerät und ich kann 60 FPS, cool, und dann sagt Windows, ja, hier, Vollgas, mach so die Richtung. Und die Lösung damals, wenn ich das noch richtig im Kopf habe bei Elgato und auch bei Avermedia und den anderen, war ja eigentlich, dass Windows einfach mal in Anführungszeichen 144 Hertz auch da versucht, drauf auszugeben, das Gerät erkennt aber nur oder kann aber nur 60 und dass es dann trotzdem läuft. Solche, mir fällt gerade noch was, so eine Kleinigkeit ein, die eventuell... Eine Anekdote. Ja, eine kleine Anekdote für Menschen, die eventuell irgendwann auch mal vor einem Racing Rig stehen und nicht zehn Rechner haben, so wie ich mittlerweile. Ähm, habt ihr schon mal versucht, mit einer AMD-Grafikkarte drei Bildschirme zu klonen? Nee, geht auch nicht. Nein. Mit Nvidia geht das einwandfrei, by the way. Also du kannst wirklich sagen, Ausgang 1, 2 und 3 haben alle dasselbe Bild, weil ich das nämlich früher so gemacht habe, weil mein Racing Rig halt hinter mir stand und ich dann einfach ein HDMI-Kabel hingezogen habe, weil ich mir dachte, wäre scheiße, brauche ich nicht. Genau aus diesem Grund, by the way, habe ich da übrigens ein PC stehen, weil das nämlich einfach die größte Kacke auf dem ganzen Planeten ist. Ich habe mir eine AMD-Grafikkarte habe ich gesponsert gekriegt, muss ich dazu sagen und baue das ein, stecke das alles ran, klone zwei Bildschirme und dann gucke ich so und ich denke mir so, hä? Was ist das denn jetzt? Und Windows kann das nicht. Windows kann das von Haus aus nicht, dass drei Bildschirme das gleiche Bild haben, aber das geht, habe ich AfD-Grafikkarte gesagt? Nee, AMD. Nee, AMD. Da hätte ich schon mal eine kritische Nachfrage. Ich wollte gerade sagen, also wenn das aus meinem Mund rutscht, dann sage ich mir einfach mal Bescheid. Ey, ohne Scheiß, Alex, ich habe 45 Minuten gegoogelt. Ich habe nichts gewonnen. Bis dann irgendwann einer geschrieben hat, yo, also bei Nvidia kannst du das einstellen über hier, wie heißt das? Die Nvidia-Systemeinstellung. Da kannst du das easy machen, ja. Das ist locker. Ey, ohne Scheiß, ich konnte zwei Monate nicht racen, weil ich mir extra dafür einen Computer gebaut habe, damit ich das machen kann. Und genau aus der Not heraus, und Leute fragen mich immer, Dizzy, warum denn? Das brauchst du doch alles nicht. Das kannst du doch alles mit irgendwelchen Switches und Dongle und Splitter und so. Nee, kann man nicht. Nicht vernünftig. Kannst du knicken. Christi Krise, hier. Ich habe auch mal geschaut, ob ich das Bildschirm klonen unter Windows sein lasse und ob ich mir eine Y-Weiche hole. Also sprich, ich gehe aus der Grafikkarte raus, nicht in meinen Monitor rein, sondern aus der Grafikkarte raus in einen Adapter. Der wiederum teilt das Bild in zwei Signale auf, wie eine klassische Y-Weiche. Und die gibt es auch. Aber die gibt es halt nur mit einem bestimmten Frequenzbereich. Was bedeutet, wenn, ja, okay, bitte, erleuchte mich. Ey, genau darüber habe ich heute auch gesprochen, aber sprich ruhig zu Ende. Entschuldigung. Also nach dem, was ich da mir rausgesucht habe, das geht, aber halt entweder hast du dann, weil Frequenzbereich heißt, du hast entweder eine hohe Auflösung oder eine hohe Bildwiederholfrequenz, aber das geht nicht beides, weil das Produkt, die Hardware, kann halt nur einen gewissen Frequenzbereich abdenken. So, also hast du entweder die, sagen wir mal, 1080p und das kannst du dann nur auf 60 FPS ausgeben, ja, oder du gehst auf 144 Hertz hoch, aber dann geht es halt nur in 720p, jetzt bildlich gesprochen, ja. Da wird es irgendwelche Limits natürlich geben, die man dann nicht überschreiten kann. Und dann ist noch die Frage, hat man dann noch einen Processing Delay, weil das muss ja, das Bild muss ja, das läuft ja dann nicht in Lichtgeschwindigkeit durch und ist überall gleichzeitig da, sondern das Bild muss ja quasi, irgendwas muss, der Klonprozess muss ja irgendwie gemacht werden, ne, also dass das Signal ausgegeben wird und ich denke, da hat man dann auch wieder so eine halbe Millisekunde oder eine halbe Millisekunde, dann hat man da vielleicht auch wieder so eine, so ein, wie bei so einer Capture Card, so ein kleines Delay zwischen den beiden Sachen. Weil, sagen wir mal wie es ist, solche, solche, solche Klongeräte sind in der Regel dafür da, dass du beispielsweise eine Präsentation gleichzeitig auf einem, auf einem Beamer und auf einem Fernseher ausgibst und da ist es scheißegal, ob da eine halbe Sekunde Delay zwischen ist, aber zum Zocken, ne, da willst du das Bild so schnell es geht da haben. Wir reden hier über Technologien wie Nvidia Reeflex, die da versuchen, noch an dieser Schraube zu drehen, dass wir in dem Millisekundenbereich irgendwie noch schneller Bewegungen mit der Maus rüber schrubbeln können und so eine Scheiße. So, und dann habe ich natürlich auch wieder weiter gedacht, äh, so, gibt es eigentlich Monitore, die das Bild dann nochmal weiter ausgeben, also so Daisy Chain mäßig, so nach dem Motto, ich schicke mein Bild an einen Monitor und der hat einen Ausgang und an den kann ich dann anschließen, was ich will? Nichts gefunden, also nicht im Gaming-Bereich. Ja, also nichts, wo man dann, wo man, aber das wäre witzig, oder? Gibt's, also ich glaube, es gibt sowas. Aber gibt es das mit 1440p, 144 Hertz, 240 Hertz? I doubt it. Irgendwo gibt's das. Ich hab letztens mit irgendjemandem darüber geredet und mein Chat sagt gerade DisplayPort. Es gibt, pass auf, pass auf, Daisy Chaining ist ein Begriff, dass man quasi, sagen wir mal, in deinem Computer ein Kabel rausgeht an den ersten Monitor, das ist ein DisplayPort-Kabel und dann gibt es Monitore, da kann man über den, über das DisplayPort-Kabel in den nächsten Monitor reingehen. Das ist dazu gedacht, dass man zwei Monitore oder drei Monitore an einem Gerät anschließen kann, aber du gehst nur mit einem einzigen Kabel raus. Problem dabei, die komplette Datenmenge muss ja trotzdem über dieses DisplayPort-Kabel gehen. Problem Nummer zwei, ähm, das ist halt sehr, also, ja gut, sehr proprietär, würde ich mal sagen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir darüber nicht das rauskriegen, was wir damit machen möchten. Also das Bildschirmsignal dann da duplizieren. Wenn das gehen würde, wäre das witzig, aber ich glaube nicht, dass es da einen Gaming-Monitor gibt, der dann so in die Richtung 144 Hertz Plus oder sowas geht. Mir hat einer heute einen Splitter geschickt, ne? Und ich sag so, 1440p, 144 Frames, Splitter. Es gibt ja mittlerweile 144 Hertz Splitter, hab ich gerade gesehen. Aber halt nicht in 1440p. Schade eigentlich. Weil dann hätte ich das nämlich auch mal probiert, ob das funktioniert. Aber leider gibt's das scheinbar nicht. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich schon gedanklich auf den nächsten Monitor schiele, 27 Zoll, 1440p, 240 Hertz. Ja. Ich weiß, dass viele Spiele das nicht wirklich unterstützen werden. Oder anders gesagt, dass ich bei vielen Spielen, die ich so spiele, gar nicht in diese Region komme. Aber das ist dieses Henne-Ei-Problem für mich. Ein Monitor steht bei mir ja nicht zwei Jahre und dann tausche ich den aus. Ein Monitor steht bei mir, also das Gerät, was jetzt hier vor mir steht, ist auch schon wieder vier, fünf Jahre alt und wird auch noch ein paar Jahre wahrscheinlich hier stehen. so und die Monitore gibt es mittlerweile. Ob das jetzt ein Samsung G7 ist, der das kann, 240 Hertz oder auch dieses Gerät hier, ich komme mal nicht auf den Namen, Spec irgendwas, keine Ahnung. Also die 240 Hertz Technologie ist ja schon so weit, dass die Geräte auf dem Markt sind und dass die funktionieren. Und ich kann dir eins sagen, ich habe vor so einem Monitor gesessen, das sieht unfucking fassbar geil aus, speziell der Samsung G7, das ist ein VA-Panel. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ich habe noch nie vor dem VA gesessen, ich gucke mir das mal an und das ist komisch, aber ich habe das, ich saß vor dem Gerät, ich habe, also das ist super geil. Super schönes Bild. Schöne schiefe Schwarztöne, die 240 Hertz kommen sauber rüber. Ich habe mir das Gerät auch bestellt, selber vor ein paar Monaten, also vor diesem Steuervorfall und mein Gerät war kaputt. Was? Steuervorfall? Steuerprüfung und jetzt habe ich mich noch mit dem Finanzamt da noch ein bisschen, ich habe, habe ich doch erzählt, ich habe an zwei Kommunen Gewährleihsteuer bezahlt. Achso, das meinst du, ja, jetzt hast du eine Steuerprüfung gehabt deswegen? Ne, deshalb nicht, aber das kam, also das war mehr oder weniger zeitgleich. So, und das Gerät, das ich bestellt hatte, das war permanent zu hell. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Du kannst die Helligkeit runterstellen auf 5% oder sowas und das Ding leuchtet wie Fukushima so, ja. Und am Ende des Tages, dann, ich weiß gar nicht, am zweiten Tag oder sowas, hatte ich dann einfach so eine komplett vertikale Linie, die einfach komplett kaputt war. Ja, und dann war es für mich ein Dead on Arrival, dann schickst du den halt zurück und lässt dir das Geld halt zurückgeben. Ja. Ist ärgerlich, weil danach ist der Preis von dem Monitor ein bisschen hochgegangen, ich weiß nicht, wo er jetzt steht und ja, wer weiß, vielleicht wird es der doch nochmal. Aber. Stehst du? Stehst du auf Curved, wo wir gerade bei Monitoren sind? Die sind da drüben alle curved, ja. Ja, bei, bei, wollte ich gerade sagen, bei deinem Rig muss es ja curved sein. Nee, muss nicht. Es, ja, Entschuldigung, damit, der Effekt kommt wahrscheinlich gerade bei einem Curved Monitor noch besser rüber, weil du dann in so einem, in so einem halbrunden Kreis so sitzt, ne? Ja, da scheiden sich die Geister. Also, ja, ja, also ich find's cool, ja, hast du recht. Gibt auch Menschen, die schwören auf straight. Warum, fragst du? Nee, nur rein Interesse halber, weil, weil da, wie du schon gesagt hast, ne, da scheiden sich so die Geister. Der eine sagt, äh, flat ist alles, was ich brauche, curved ist der Teufel und sind wir ganz ehrlich, die curften Monitore und Fernseher vor allen Dingen, das war damals so ein Modeding, so wie 3D-Fernseher, ne? Heute, geh mal in den Laden und frag mal, du hast einen 3D-Fernseher, die lachen dich aus. Und vor ein paar Jahren so, ja, das ist das nächste große Serie, das brauchen wir alles, oder? Guck mal hier, aber ich hatte Brille und es gibt ihm. Es ist genauso wie Curved-Monitore, da lacht doch auch jeder. Außer, du kaufst dir diese riesen Dinger. Wer kauft sich denn 16 zu 9 Curved? Außer jetzt wirklich, du hast, äh, den Racing Rig. 12 Zoll Curved, was soll das? So 49 Zoll Samsung Odyssey, so ein Ding, okay. Oder 34 Zoll, äh, vier zu, äh, äh, anderes 16 zu 10 oder was? Ultra-wide, scheiß drauf, ja. Ultra-wide, genau, da, okay. Aber was willst du denn mit einem 16 zu 9 Curved? Da macht die Kurve doch gar nichts aus. Und die Scheiße verkauft doch auch kein Pimmel mehr. Ich stelle mir das so vor, dass mein Main-Monitor, also der Samsung G7 ist ja curved, dass der curved ist und dass die beiden Monitore links und rechts, dass die, dass die flat sind, so. Und dann hast du halt vorne diese leichte Kurve wie so ein Cockpit in Anführungszeichen und dann gehen, gehen die straight an der Seite wie so Seitenscheiben. So vom Gedanklichen sich damit auseinandersetzen. Dass das natürlich so am Ende nicht so aussieht, ist mir auch klar. Oder, wenn du sagst 16 zu 9, einen kleineren Monitor, ne, 27 Zoll, 24 Zoll oder sowas curved, das kann auch cool aussehen, wenn du zwei davon hast, ne, dass du, dass du, dass du, dass du so eine gebogene Fläche vor dir hast, in der Mitte hast du dann halt die Trennlinie 1 ist ja sowieso dein Monitor primär und der andere sekundär. Das kann auch schon witzig aussehen. So von der Optik her auch, ne? Wer macht denn das für Optik? Wie sieht das aus? Denn der eine, der eine Dings hier, der hängt halb auf dem Schreibtisch, fällt schon halb runter und der andere steht normal da. Wie sieht denn das aus? Wer macht denn so einen Scheiß? Also jetzt mal, die Kabel schon alleine. Da musst du ja ein extra Loch in den Schreibtisch bohren, dass du das für den einen, der so krumm steht, durchführen kannst, damit das nicht aussieht wie Hulle. Mann, du! Da hat doch wieder einer nicht. Na, Alter! Also schön ist es auf jeden Fall. Also von der Bildfläche, schön so rund, da gebe ich dir recht, das ist sehr ästhetisch. Okay. Wo wir jetzt gerade bei Monitoren sind, ähm, wir sind alle sehr alt, also viele von uns. Das heißt, wir haben unsere ersten Monitore wahrscheinlich alle mit VGA angeschlossen. Nee. Was war davor? Was kam? Ja gut, wenn du jetzt den Fernseher nimmst und... Doch, VGA, ja, VGA. Ja, wenn du jetzt den Fernseher nimmst und das Gart und dazwischen nochmal diese... Wie heißt dieser Standard, den wir letztes Mal bei den Konsolen gehabt? Playstation 1 und so. Wie nennt sich das? VGA-Skart, wenn du deinen Rechner früher an den Fernseher... Composite. Composite. Den Rechner an den Fernseher geschlossen hast. Und dann hast du solche... Krampf. So eine Skart, ähm, Switches gehabt und dann hast du einen immer drin gehabt für dein Sega-Megasystem, einen für deinen V-Rekorder und einen für deinen Computer. Und dann hat sogar noch... Du musst auf dem Fernseher den Kanal nicht, weißt du? Dann musst du Sender durchlaufen lassen und du wusstest halt... Du schließt irgendein Gerät an per Skart und dann so, ja, äh, kein Bild. Ja, du musst erst noch den richtigen Kanal durchlaufen lassen. So, und... Gott. Wie geil. Und dann hast du die Scheiße nicht gefunden und dann musstest du noch Punkt AV einstellen auf den RFT-Fernseher und so einen Kack. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber der muss so einen Punkt AV machen und so einen Scheiß. Oh, nee. Den allerersten Fernseher, der mein eigener war, den hab ich von meinem Onkel geschenkt bekommen und der hatte natürlich keine Fernbedienung, sondern ich hatte so eine abgeknickte Autoantenne und dann hatte der so solche Touchfelder, weißt du, die so touch-sensitiv waren. Aber das waren so einzelne kleine, reingedrückte Felder und die konnte man natürlich mit einer Antenne, weil die ja leitet, natürlich auch so antippen. Das heißt, ich konnte aus der Entfernung meines Armes konnte ich umschalten. Toll. Und dieser Fernseher war so scheiße, also ich war ja froh, dass ich ihn hatte. Ich konnte nur die öffentlich-rechtlichen damit gucken, aber sowas wie RTL, das waren ja irgendwelche neueren Frequenzen oder so. Keine Ahnung, ich bin kein Fernsehmensch. Und das ging halt nicht, die hat er nicht reingekriegt. Schön. Da gab's auch noch, Mensch, da gab's noch zu jeder Grafikkarte noch den Adapter, dass man den an den Fernseher anschließen kann. War jeder Grafikkarte dabei. Und man hatte früher so viele scheiß Dongen, zu Hause und wusste nicht, was man mit der Scheiß machen sollte. Ja, ja, früher, früher. Hast du heute auch noch, oder was? Ich hab mir irgendwann mal in der Metro so eine Schraubenbox gekauft. So ein flaches Teil, was man so aufklappen kann. Da hast du so verschiedene Fächer da so irgendwie drin, damit man halt die ganzen Schrauben zum PC bauen, die haben ja verschiedene Bohrungen und Stärken und so weiter, dass man die sortieren kann. Und da waren diese Dongen bei mir halt auch drin. Die nehmen nur dummerweise viel Platz weg, ne? Hast du jetzt weggehauen? Ich hab irgendwann mal aussortiert und hab nur noch einen von jeder Güte sozusagen behalten. Weil irgendwann hab ich mir gedacht so, ja, ein DIN-Adapter von DIN auf USB für eine alte Tastatur sozusagen kann Sinn machen, aber ich hab's die letzten fünf Jahre nicht gebraucht, zehn Jahre nicht gebraucht. Weg die Scheiße. Wie hießen die nochmal? PS, PS2-Anschlüssel? Nee, wie hießen die? PS2, ja. PS2, ja. Gibt's die heute noch? Davor gab's halt DIN. Ich weiß gar nicht. Der ist ja heute noch dran, ne? Ja, haben die. Weil damit kommst du immer ins BIOS. Also wenn irgendwie dein Computer BIOS-mäßig ein Problem hat, ja, dann kannst du mit der PS2-Tastatur hundertprozentig noch Tasteneingaben machen. Aber wenn sozusagen dein BIOS dieses neumodische USB-Gerät nicht versteht, weil es nicht weiß, was es ist, dann geht das halt nicht. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe sogar keine, ich habe keine PS2-Tastatur mehr, also ich könnte das nicht nutzen. Ich habe noch eine einzige und das war meine allererste Tastatur, das ist eine, ähm, IBM Model irgendwas? IBM, das ist sogar eine mechanische. Aber wenn du damit jemanden einen in die Fresse haust, ne, der lebt nicht mehr. Also das ist wirklich, die steht, aber die ist halt nicht so ergonomisch. Die ist nicht mehr leider, die ist, sonst würde ich die heute noch haben. Da ist sogar noch Original von der Lamparty ein Brandloch drin. So gut ist die. Aber die funktioniert. Ja, die alte IBM-Tastatur ist ein Klassiker, die wurde auch mal neu aufgelegt. Ich glaube, da gab es ein Kickstarter-Projekt dazu oder so. Schon sehr witzig. Aber, aber die Original, das kostet halt auch ein Schweinvermögen und die sieht, die sieht halt aus wie eine Tastatur aus den 80ern, ne? Ist halt so. Muss man mögen, ja. Nee, äh, zurück zu den Videoformaten, also, äh, oder zu den Anschlüssen, sind ja keine Formate. Äh, also über Skat wollen wir besser heute nicht reden. Manche von uns kennen das noch oder wenn man eine alte Konsole einbringen will, dass man so einen Composite-Anschluss braucht zum Capturen oder so. Das waren auch die ersten Capture-Karten, die ich auf dem Schirm hatte. So, dass man so eine Konsole per Composite-Kabel PlayStation 1 oder so was halt anschließen kann, ne? Ähm, hab ich nie Struggle mitgehabt, weil ich das gar nicht, also, es gab's, also, ich hab das nie genutzt, ne? Und, äh, also, bei mir kam sogar relativ früh dann, äh, für alles zum Anschließen untereinander HDUI. Äh, aber natürlich nicht am PC. Am PC hatten wir halt am Anfang VGA, DVI und jetzt halt eben DisplayPort, so, ne? Der Heilbringer, DisplayPort, hu, 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 es geht ja nichts Besseres. Ähm, und wenn wir in den Videobereich uns mit Kameras unterhalten müssen, dann bin ich bei HDMI, ist das so mein Standard, aber so bei, bei SDI zum Beispiel wäre ich raus. Da hast du ja so eine BNC-Verkabelung und, äh, du kannst viel, viel längere Wegstrecken zurücklegen, also, Kabellängen dürfen deutlich länger sein. Das sieht man häufig in der Veranstaltungstechnik, also, wenn man zum Beispiel mal bei so einem, bei einer Gamescom oder bei einer, bei einer, bei irgendeiner Veranstaltung bei so einem, bei so einem, ähm, Event, bei irgendeinem Ding, mal hinter die Kulissen guckt, was da für unfassbare Mengen an Kabel nach hinten in die Regie laufen, weil die halt tausend Millionen Effekte und so weiter haben und tausend Kameras in jeder Ecke noch irgendwie hängen haben und das wird, vieles wird dann halt per SDI angeschlossen. Ja. Weil man eben nicht diese Kabelbeschränkungslänge hat, die HDMI so mit sich bringt. Habe ich, ehrlich gesagt, für einen kurzen Moment überlegt, äh, so meine, meine Vorgabe, in Anführungszeichen, war damals, glaube ich, äh, Game One, nee, das stimmt gar nicht. Wie hieß nochmal, wie hieß nochmal hier, äh, E-Sport aus Köln? Die, äh, Intel Extreme Masters? Äh, ja, die haben das da ausgetragen und das war in den Studios von, äh, ja, spielt auch keine Rolle, jedenfalls, die hatten halt alles auf SDI ausgelegt und ich stand da so, wow. Du meinst Take TV? Nee, das war nicht Take. Okay. Das war nicht Take. Okay. ESL? Und ich, und ich stand da, ja, ich glaube, es war die ESL, in den Studios von der ESL, die Firma dahinter dann haben. Und ich gucke mir das so an und ich denke so, boah, das sieht schon geil aus und die Kamera ist so klein und haben ja echt geiles Bild so, ne, und dann habe ich die Kameras mal gegoogelt und dann hatte ich nicht mehr so Interesse daran, weil das war halt eben so Upper Price Category. Die Capture-Karten unbezahlbar, wenn du mehr als ein Gerät anschließen willst, die Kamera ist irgendwie unbezahlbar, aber Wechselobjektive, kleines, schönes, kompaktes Design. Du konntest Kabellängen haben und da hättest du einmal durchs halbe Haus gehen können so, ne, war schon cool, aber das war, das war mir dann zu teuer. Da haben wir auch im Stream damals mal drüber gesprochen, was so sinnvoll ist, was so nicht so sinnvoll ist. Das war so die Zeit, da hast du eine Canon Legrea benutzt und die hatte einen Wackelkontakt und das Bild war andauernd weg und du musstest es nachjustieren und man kennt es. Man kennt es, man kennt es ja. SDI habe ich auch schon mal überlegt, aber dann habe ich irgendwann so kompakt gebaut, dass ich das nicht mehr brauchte. Und dann kam NDI. Also SDI hat sich, das Upgrade hat sich nie gelohnt, das wäre auch zu teuer gewesen. Ja. Zumal man jetzt halt irgendwann auf HDMI eh schon gebaut hat sozusagen und der Umstieg wäre halt einfach unfassbar teuer geworden, sodass sich das eben nicht lohnt. Nicht wirklich. Absolut. Aber nur der Vollständigkeit halber. Also SDI ist halt so eine Technik, die wahrscheinlich bei den wenigsten Streamern drin ist. Es wird sicherlich Leute geben, die dann so Ninja-mäßig oder Monte-mäßig irgendwie so ein Setup sich irgendwie bauen lassen, wo das dann der Messebauer oder der Techniker dahinter als den besten Weg irgendwie sieht. Aber selbst SDI. Sascha hat SDI, okay. Er hat auf SDI umgebaut. Er hat aber auch immer sehr viel Struggle mit HDMI gehabt eine ganze Weile. Also Sascha und du, ihr seid ja auch so die, ich sage jetzt mal, Hardware-verrücktesten Streamer, was das so angeht. Hab ich schon ein PC gebaut oder läuft das oder guck mal hier oder guck mal da oder war noch die Kamera. Ja, man hat so seine Sachen, die man machen kann. Also ich habe wirklich alles abgedeckt. Außer Musiker, das habe ich noch nicht, aber ansonsten haben wir beide, glaube ich, alles komplett abgedeckt. Aber das ist, also ich, da muss ich, ich möchte da auch gar nicht so drauf rumhacken, aber bei mir sieht es schöner aus. Ich lege da ein bisschen mehr Wert auf meine Kabel. Ein bisschen. Aber das ist auch einfach gar nicht mehr machbar irgendwann. Also gerade jetzt, da stecken ja einfach fünf HDMI-Kabel drin und du hast so eine Öcke, weil ein 10-Meter-HDMI-Kabel einfach 250 Meter Durchmesser hat, gefühlt. Also, du kennst es ja bestimmt auch, so ein 10-Meter-HDMI-Kabel, wo du dir denkst, ey geil, wenn ich das richtig rumschwinge und das jemand gegen den Kopf knallt, ist der tot. Ja, und dann zieh mal fünf so eine Dinger durch seine Wohnung. bei welchen Kabelkanal willst du da ran machen? Mhm. Dann kommen Leute zu Besuch und fragen dich, ob du irgendwie Ratten trainierst, weil du riesige Tunnel gebaut hast. Ja. Das stimmt schon, das stimmt schon. Okay, also so der Unterschied oder der Sprung jetzt, sagen wir mal, von DisplayPort zum Beispiel oder von DVI dann auf DisplayPort zu gehen, das hatte dann wahrscheinlich für die meisten Gamer, für die meisten Zocker, unabhängig vom Streaming oder sowas, keinen wirklichen Unterschied, außer dass zum Beispiel manche Funktionen wie G-Sync oder so dann erst mit DisplayPort unterstützt wurden etc. Aber so, dass Leute wirklich schnell mal so an die Kapazitätsgrenze von einem Kabel oder von einem Standard gekommen sind, das glaube ich eher weniger. Also ich meine damit, dass du, dass du, ich bin jetzt bei den Standards nicht so drin, also wenn wir HDMI sprechen, da ist ja der Neueste oder der, der jetzt so in die Fernseher langsam alle grundsätzlich einziehen sollte, das ist HDMI 2.1, der unterstützt dann halt eben quasi, dass du auch deutlich höhere Frequenzen oder auch deutlich höhere Auflösungen übertragen könntest oder eben auch beides gleichzeitig, was eben bei dem älteren Standard theoretisch halt nicht mehr geht. Dann gibt es aber auch Geräte, das habe ich auch schon gesehen, auch schon zwei am Markt, die haben theoretisch HDMI 2.1, aber sie können halt über eine externe Quelle dann doch nur Material mit 60 FPS quasi reinfüttern. Da denke ich mir auch so, ja, was ist da schiefgelaufen? Entweder du unterstützt den Standard oder halt eben nicht. So, na, so mit dabei. Schon heftig. Das ist schon wieder so eine Anekdote, pass auf, Geistesblitz. Hau was. Sascha hat sich als erstes die 1000 Euro Capture-Karte gekauft. So. Der das Ding nach Hause gekriegt, weil er, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein 4K-Bildschirm und Sascha hat mich angerufen. Sascha so, jetzt, ich kriege kein Bild drin in die Capture-Karte. Da kommt nichts an. Ich habe alles eingestellt. Ich habe alles gemacht. Und dann ist ja wirklich überall Durchgang. Ich das wirklich abgeglichen, weil du kannst, in der Karte musstest du damals, weil der Standard wurde ja dann auch erst etabliert, bei Mageway, musstest du eine EDIF-Datei musstest du laden. Und die EDIF-Datei hat die dann quasi so hingemodelt, dass sie verstanden hat, aha, da kommen 1440p, 144 Hertz an. So. Der hat das alles geladen. Pipapo, hin und her, Kabel angeschlossen. Ging nicht. Kam nichts an. Okay. Und ich dann so, ja Sascha, also zwei Stunden gefühlt. Sascha, was benutzt du denn eigentlich für ein Kabel? Wir sind Stani, Amazon Basics. so, ich so, Alter, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Wieso? Der Magga, das Kabel kann das nicht. Und dann so, wie Sascha halt wieder ist, dafür liebe ich ihn, hä, das kann doch gar nicht sein. Und dann so, Sascha, doch, das ist so, nee, das kann nicht sein, das hat vorher auch schon funktioniert. Das ist so mein Lieblingssatz von Sascha. Ich so, nee, das geht nicht. Hä, aber das muss noch funktionieren. Ich so, nee, das geht nicht. Und dann haben wir dann irgendwie drei Stunden rumgedödelt und gemacht und getan. Ich so, Sascha, TuMing gefallen, hier ist ein Kabel, das kostet 10 Euro, kauf das bitte, steck das da ran und dann geht das. So, Sascha dann, äh, sich das Kabel gekauft von einem Rechner auf den anderen nächsten Tag. Ey, krass, das geht ja wirklich. Ich so, ja, weil dein, 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 HDMI-Standard ist halt irgendwas unter 2.0 und das kann nicht 144 Hertz und 1440p versenden. Also, falls ihr da draußen sowas wirklich mal machen solltet, ey, kauft euch, kauft euch bitte nur noch HDMI-Kabel über 2.0. Am besten den neuesten Standard immer gleich kaufen, weil dann seid ihr safe. Immer den neuesten. Ja, ey, das, wirklich drei Stunden, nee, das ging vorher auch schon, das muss doch jetzt auch gehen, das ist doch dasselbe HDMI-Kabel, das ist doch nicht kaputt. Okay, kleine Anekdote von meiner Seite aus und ich fühle das total, das mit den Kabeln ist mir auch schon so, schon mal passiert, ne, dass einfach kein Bild kam und mit dem, mit dem, dann hab ich das Standard-Kabel, was bei einem Monitor dabei war, mal genommen, hab die Geräte relativ dicht beieinander geschoben und es funktionierte auch, also Boxen und dachte, ja gut, das Kabel ist halt kaputt, aber es war halt nicht kaputt, ich hab halt auch einfach nur zu viel Material durchgedrückt, so, ne, und das ging halt nicht, das hat's nie unterstützt. Ich hatte mal meinen Gaming-PC auf der Toilette stehen, also, das war halt der nächst logische Raum, der nicht in meinem Büro ist, ne, also da konnte ich mit den Kabeln nach oben gehen, über den, über den, über den Dachboden, ich hatte das mit dem Vermieter abgesprochen, bin ich, hab ich halt in die Holzpaneele ein Loch gebohrt, also so ein Kaliber natürlich, dass man da halt auch alle möglichen Kabel durchschieben konnte, bin über den Dachboden gegangen und dann in unserem Gästeklo wieder runter und da hab ich dann extra noch so neben das Waschbecken so eine Acrylscheibe geklebt, dass man, dass da keine Wasser auf den guten Computer mit der GTX 87 gespritzt ist, also zu der Zeit war das halt und, ähm, das war natürlich ein DVI-Kabel und, ähm, USB hab ich mit drei Repeatern verlängert und LAN war kein Problem und in dem, in dem Raum war so gesehen keine Steckdose, also hab ich auch noch Strom noch direkt daneben hingelegt und also drüber geschmissen so und das hat auch funktioniert, äh, aber da musste ich auch ein bisschen experimentieren und dieses DVI-Kabel war 15 Meter lang und hat gekostet 80 Euro und es gibt noch deutlich teurere Kabel, aber es hat halt funktioniert und das lauteste in meinem Büro waren die internen Netzteile von meinen Monitoren. Kannst du dir vorstellen, dass ein Büro so leise ist, dass man das Suchen der Monitore hört und denkt sich so, ah, diese Kackmonitore? Ne, kann ich mir mittlerweile, also, ich kann's mir heute auch nicht mehr vorstellen. Viele, die hier immer herkommen, sagen, wie kannst du hier drinnen sitzen? Ich so, ja, ich hab Kopfhörer auf, ich krieg das nicht mit, weil das ist halt, wenn hier alles hochfährt, denkst du, du bist hier einfach in der Fabrik. Da bin ich aber sensibel, also, wenn ich, wenn ich jetzt nicht gerade live bin und Kopfhörer auf habe, dann müssen meine Computer sehr leise sein, also, da lege ich sehr viel Wert drauf, also, wirklich. Ich sitze mittlerweile echt nicht mehr im Büro. Ich hab mir das abgewöhnt. Also, ich hab jetzt, ich hab, dieses, also, nachdem ich umgezogen bin, hab ich mir abgewöhnt, in meinem Büro zu sitzen. Also, wenn ich nicht streame, sitze ich hier nicht mehr drinnen. Also, ganz selten, wenn ich mal irgendwo ein Emote hochladen muss oder irgendwie sowas, oder so Kleinigkeiten, aber ansonsten, ich geh hier raus. Ich mach hier alles aus und dann geh ich hier raus. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich mach das, ich hab das, ich hab das, also, ich hab ja ein kleines Wohnzimmer und das ist total entspannt, dass man halt eben seine Freizeit eben nicht da verbringt, wo man die ganze Zeit sowieso schon sitzt, ne? Also, wenn man jetzt Freizeit zu Hause, Computer, äh, Filme gucken oder irgendwie sowas meint, ne? Schon schön, schon angenehm. Ab und zu fahr ich übrigens, ja, okay, ab und zu fahr ich auch offline nochmal ein Runderennen, aber das zähle ich jetzt nicht als meinen Schreibtisch. Also, früher hab ich hier dran gewohnt und gegessen und alles, also, ja, das ist richtig, dafür komm ich hier hin. ich hab hier auch schon gegessen. Ja, wer ist nicht an seinem, also, nun, wollen wir uns nochmal kurz über die Kamera so unterhalten? Weil es ist ja auch Video oder wollen wir das nochmal anreiten? Wir können das eben, wir können mit NDI noch einmal ganz kurz einen Schlenker machen und zwar, äh, dann können wir gerne über die Kamera sprechen. Ja, hau rein. Und zwar, ähm, es gibt immer mehr, ähm, so, so, so Apps, die auf einem Handy laufen beispielsweise. Ähm, und die Sache mit den IP-Cams ist ja ein alter Hut. Das gibt's schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren auf Android und auch bei iPhone gibt's und gab es das. Elgato hat da vielleicht für ein bisschen Aufmerksamkeit die letzten Monate mal gesorgt, weil sie eine App namens Epoch Cam übernommen haben. Ähm, Anbieter, Hersteller weiß ich nicht mehr, aber man sieht, wenn man noch den Treiber sozusagen auf dem PC installiert, wer dahinter steckt, Kizume, Kizumi, irgendwie sowas in der Richtung. Und, ähm, im Prinzip, ich verstehe nicht, ob das auch über NDI läuft oder ob das noch ein eigenes Protokoll oder sowas ist, äh, aber im Prinzip ist das, ähm, ist das Handy dann sozusagen deine Kamera und auch dein Mikrofon, wenn man das will, überträgt das Ganze logischerweise per WLAN. Man kann das aber auch einstellen, dass es halt direkt über USB läuft, also dann kannst du dein Handy als Kamera vom PC benutzen. Bin ich jetzt kein großer Freund von, weil ich mir denke, für eine halbe Stunde, Stunde mit einem Call zu sitzen, cool, aber für so einen Stream acht, neun Stunden und dann jeden Tag ein Handy, klar, wenn man ein Älteres hat, why not, ne, kann wahrscheinlich eine deutlich bessere Qualität bringen, je nach Handy und Kamera als so eine Logitech 1029 oder sowas oder irgendein so ein Below-Modell, ähm, aber für so einen Daily Driver, den mal eben kurz dann da oben hinzuklemmen und zu sagen, so, du bist jetzt meine Kamera, würde ich von Abstand nehmen. Warum ich das sage, ist, ähm, man kann auch speziell bei der Epoch Cam auf NDI stellen. Oh. Also dieses Protokoll wird auch unterstützt. Äh, das hat dann allerdings ein leichtes Delay, ne, äh, im Vergleich zu dem, zu dem WLAN-Modus, was der dann auch genau so ist, ähm, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Und es, die Qualität ist auch, also, ohne jetzt übertreiben zu wollen, ähm, die Qualität ist wirklich erste Sahne. Ich meine, wir reden jetzt hier bei dem hier über, über ein iPhone 12, müssen wir nicht drüber reden, ne, gute Kameras, wie ist das, Ananas und so weiter, ähm, aber auch, das läuft nahezu Delay-frei, ähm, Ton, je nachdem, was man für ein Handy benutzt, halt, äh, kann, kann auch relativ okay sein, also, der kommt natürlich nicht an so ein, so eine richtige Funke, äh, Funke halt irgendwie dran, aber kann auch sehr gut sein. Ich würde das so vergleichen mit so den, mit so einem, mit so einem IRL-Stream für zu Hause. Na, und überall, wo du eine gute WLAN-Abdeckung hast in deiner, in deiner Bude, kannst du mal eben kurz das Bild Wireless mit so einem kleinen Handheld-Gerät mal eben kurz übertragen. Läuft super gut. Cool. Ich bin sehr davon überzeugt. Also, wenn ich mir eine Kleinigkeit zu Essen mache und ich will den Stream mitnehmen, dann fahre ich meinen PC in der Küche nicht mehr hoch, dann nehme ich kurz eben kurz das Handy mit, äh, hab hier so ein, so ein kleines Mini-Tripod-Ding hier, da klemme ich den Kollegen eben rein und dann war's das, ne? Einmal anfeuern und dann gib ihm. Das kannst du dann ganz normal als, äh, Videoquelle in OBS einrichten oder einfügen und, äh, wie gesagt, man braucht hier noch ein, noch ein kleines Treiberprogramm, äh, das, das Ganze ermöglicht, quasi, dass man so das Plugin installieren kann und dann go for it. Also, und das zu starten dauert quasi, du startest die App, du wechselst auf deine Szene, läuft. Das ist ein sehr schöner Tipp. Finde ich gut. Ne, nix RIP-Küchen-PC. Ne, das ist keine Dauerlösung. Sehe ich, weiß ich jetzt schon, das ist keine Dauerlösung. Bin schon jetzt schon kein Fan von. Ich, ich sehe auch nicht, dass das eine Dauerlösung ist, aber für, äh, beispielsweise du, äh, fummelt mal in irgendeiner Kleinigkeit rum oder du willst, äh, du willst ja nicht irgendwie noch die, noch die zweite, dritte, vierte Kamera kaufen. Ähm, du nimmst ja quasi, äh, eine Befestigung für, ja, es ist, wie es ist, oder? Hatte nicht Sascha letztens über Twitter gefragt, gestern erst, er sucht noch eine Logitech C9, äh, Logitech, eine Sony 5100. Ja. Braucht, weißt du, ob er die aus einem speziellen Grund genau diese braucht und warum er nicht den Nachfolger haben will? Wahrscheinlich, weil er sich mit der auskennt, Ne, weil er einfach nicht eine neue kaufen möchte. Also, wenn jemand eine rumliegen hat und die nicht benutzt, möchte er die gerne haben, damit er sich nicht eine neue kauft, Ressourcen schont. Mhm. Wie sagt man? Upcycling. Ich hab, äh, eine 10, eine Sony 5100, habe ich bei, über Rebuy gekauft, äh, letztes Jahr, also meine zweite sozusagen und, ähm, ja, auch geupcycelt sozusagen, ne? Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich upcycle, weil, ähm, also, ich müsste noch zweimal upcyceln, weil ich, meine Fotokamera ist mir langsam ein bisschen zu schade. Verständlich, du hast ja auch einen riesen Klopper da stehen, ne? Ja, da drüben hängt halt einfach mal eine A7 III mit einem G-Master-Objektiv dran und das schmerzt jeden Tag, wenn ich da am Rick sitze, mir das anzugucken und ich mir so sage, ooooh, der Sensor, ooooh, Was zahlt man für die Cam mit Objektiv? Ooooh, pfff, 4.000 ungefähr. Okay, für eine, für eine Übersichtscam, ja? Nee, das ist meine Facecam. Macht's nicht besser. Okay. Okay. Ja. Das wird auch saure Facecam. Ja. Fand ich ja auch ein bisschen weird, aber der Chat hat gesagt, Dizzy, komm, flex mal rein. Da hab ich gesagt, alles klar, schnell mal ran das Ding. Ab geht's. Sieht auch gut aus, muss ich sagen. ist schon eine schöne Facecam. Ja, 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 ja. Du hast ja alles besser, ne? Ja, aber du, da hab ich mir auch gesagt, ey, bevor ich mir jetzt eine kaufe, so, ey, komm, häng ran das Ding. Aber ich würd sie ja gerne tauschen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen bei den Kosten, die du gerade genannt hast. Ja. Also wenn du dir überlegst, du kommst, sag mal, du kommst an eine 5100, als Beispiel, für, gebraucht für 200 Euro dran, als Beispiel. Die wird's günstiger geben, die wird's teurer geben, je nach Zustand und, ne, Zubehör. Dann schnallst du dir das Standard-Sigma-Objektiv drauf, das, ich vergesse den Namen dafür immer, du weißt, welches meint, das 360 Euro. Ja, ja, ja. Und dann stell das mal in Relation zu deiner, zu deiner 4000-Euro-Lösung, weißt du. Weil das ist halt, irgendwann hört das halt auf. Also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, das ist, irgendwann wird's halt dumm. Also wirklich. Ist so der Punkt, dass es irgendwann dämlich wird. Also, du holst dir halt eine 5100. Die ist okay. Also die ist okay. Und dann hast du irgendwann mal so deine Fotokamera in der Hand. Und dann hast du halt einfach auch mal, machst du mal ein Foto und dann sitzt du an deinem Rechner und denkst du, das ist schon eine geile Qualität, nicht? Und dann guckst du, naja, vielleicht müssen wir ja nicht ganz so viel dafür ausgeben. Das Ding ist halt einfach, dass das auch was bringt. Also das Ding ist halt, die Apparate sind halt so gut im Dunkeln, dass sich das schon lohnt, sich so eine Kamera zu kaufen. So. Aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt ja der Vorteil, es ist eine Full-Frame-Kamera. Und dadurch, dass sie Full-Frame ist, hast du halt so einen Ausschnitt, ohne da großartig sonst was ranzudonnern. Also du willst ja dann auch ein gutes Objektiv haben, und dann wird's ja teuer. Und ich hab vorher, hab ich eine Full-Frame, hab ich hier gehabt, aber die hat so einen richtig beschissenen Autofokus gehabt, okay? Also so einen richtig beschissenen. Und dann hab ich gesagt, nee, damit kann ich nicht leben. Und damit arbeite ich auch nicht. War das eine, war keine Panasonic? Nee, das war eine A7. Die erste A7 hing da. Und die hat so einen beschissenen Autofokus gehabt. Ich hab ja nun mittlerweile schon so viele Facecams durchprobiert. Und ich hatte, vorher hatte ich auch mal eine, und jetzt pass mal auf, also damit möchte ich wirklich mal betonen, und dafür dürft ihr euch auch gerne, da dürft ihr euch gerne auch über mich lustig machen, wie dekadent ich eigentlich alles gebaut habe hier. Ich hatte eine Kamera, die hat ein unfassbar schönes Bild gemacht. Also wirklich, die war so rattenscharf, dass du ohne Anti-Aliasing in deinem Bad gekrisselt hattest. Also wirklich, Zuckerkamera. Aber die hab ich abgemacht, weil ich sie jedes Mal neu starten musste, mich mit einer App verbinden musste, und dann den Fokus einstellen. Und das hab ich, ein halbes Jahr hab ich das gemacht. Ein halbes. Und dann hab ich gesagt, ey, Chat, ist mir scheißegal, wie gut das ist, das geht mir auf den Sack. Das geht mir auf den Sack, muss weg. Fühl ich. So. Und das Ding ist ja, der Autofokus, also der Fokus wurde nicht gespeichert. Der hat sich jedes Mal wieder umgestellt. Und dann ist sie rausgekommen. Und dann hab ich mir eine andere gekauft. Weil ich einfach überhaupt gar keinen, also ich baue so nicht mehr. Weil ich das überhaupt nicht fühle, wenn ich, also ich sag das ja immer wieder, wenn ich sehe, wenn ich nur schon daran denke, ich muss eine einzige Capture-Karte oder ein einziges Kabel tauschen, oh, da krieg ich schon Kopfschmerzen. Also da wär ich schon, da wär ich innerlich schon so, nee, da bin ich raus, Alter. Wie ist die Alternative? Also, das ist mit den, ich hatte früher, hatte ich hier an der Seite eine Capture-Karte, die war für die Küche und die brauchte ich hier, damit ich am Racing Rig eine Kamera hatte. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das getriggert hat. Ey, so, das war für mich, das ist schon für mich so diese eine Sache so, nee, ich tausche die nicht. Und das ist nur USB rausziehen, hinlegen, USB ran und HDMI dran. Da werd ich innerlich schon so wild, dass ich schon gar keinen Bock mehr habe auf Stream. also so müsst ihr euch das vorstellen. Oh, wie nennst du das gerade? Dekadent abgehoben, eins von beiden, beides? Dekadent ist das, ja. Schon, ja, ja. Ist das bei dir nicht so? Ich hasse das. Also, bei mir fing das mit der Logitech 1029 an mit dem Autoweißabgleich, dass das nicht gespeichert wurde. Das hat mich so zum Wahnsinn getrieben, dass die Software das einfach nicht abgespeichert hat und ich forciere Lösungen. Einschalten läuft. Nicht alles einrichten und steuern und so weiter. Ich verstehe das, wenn du auf einem Event bist und dass jemand vorbeikommt, also jemand, der dann für die Audio- und Videoaufnahmen da sind, der seine Sachen einrichten muss, der stellt dann Sachen ein, wie zum Beispiel den Weißabgleich und Schärfe und Distanz und blablabla und so weiter. Das ist cool. Das ist alles cool. Aber für zu Hause, du willst streamen, das muss halt sein, Licht an, Kamera an, OBS auf, läuft als Beispiel, ja. Und da willst du nicht, du willst nicht jedes Mal, ah, fuck, ich hab das vergessen. So die Richtung, ja. Weißt du was? Das peinlichste, was mir in letzter Zeit passiert ist, das, was nicht out of the box lief, war der Klassiker, oh, wir haben keinen Ton, weil ich mit den drei Kippschaltern vergessen habe, das Mischpult einzuschalten. Ja, ho, ho, lustig. Wir haben alle sehr gelacht. Ja, das ist alles. Also, ich mag's noch dekadenter. Ich mag einfach beim Telefon sagen, der soll das Büro anmachen und dann ist alles fertig. Ist auch sehr cool, wenn man das über Smart Home so gelöst hat. Finde ich interessant, aber da hab ich mich bewusst dagegen entschieden. Diese ganze Kippschalter-Scheiße ging mir auch irgendwann auf die Eier. Hab ich auch keinen Bock drauf gehabt. Kippschalter geht's nicht mehr. Computer, fahr den Streamraum hoch. Alles. Wir brauchen nur das Racing-Rick. Es ist halt, ich bin da so reingenerdet irgendwann, dass mich das so, also wenn ich das bei anderen Leuten sehe, wenn die so Instagram-Stories machen und ihre Computer aus dem Büro in ihre Küche tragen. Ja, ja. Boah, da denk ich mir immer, was ist, da würde ich schon den Stream absagen, bevor der überhaupt losgegangen ist. Da bin ich halt raus, so. Es gibt momentan auch sehr viele Koch-Streams auch von einmal in der Bieter und da sieht man auch manchmal, dass Leute eigentlich nicht so wirklich in der Küche stehen und kochen, was völlig okay ist, also mit dem PC mal nicht jetzt, was völlig okay ist, aber sich dann wegen diesem Event oder wegen diesem Job oder was auch immer das dann halt doch mal eben machen. Da siehst du dann halt so ein Standard-Headset mit so einem gekringelten, langen, mega langen Kabel, über das man tausendmal stolpern kann oder sowas. Ah, da krieg ich schon zu viel und dann auch dann irgendwie steht dann, ja, der PC mal eben dahin und das ging halt nicht anders. Ja, warte, ich muss mal eben kurz so was einstellen, so. Das ist okay, aber für mich wäre das halt keine Lösung. Also das wäre dann wirklich, ah. Also mich hat man ja auch für total bekloppt erklärt. Ich hatte meine Küche neu und das Erste, was ich mache, ist so, ja, wir bauen hier einen Computer ein. Moment, ich muss mal eben kurz, ich muss mal eben so ein Loch durch alle Schränke bohren, weil das Kabel muss ja dadurch. Würde ich spüren. Ja, das war beste Lösung, ne? Also du gehst, es hat, es funktioniert. Es funktioniert. Ich hatte in der alten, in der alten Küche hatte ich eine Lahnendose für den Rechner. Ja. Da war gar nicht die Frage, habe ich eine Lahnendose in der Küche? Nee, wir haben eine Lahnendose in der Küche. Also die wurde da dann halt auch hingebaut, so. Aber das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, also ich persönlich mag das so reinzunörden und sich das Leben dann so einfach wie möglich zu machen. Ich feiere das so sehr. Ohne Schein, in all den Jahren, wenn du so überlegst, auch bei dir, Alex, wie viel Zeit, Energie, Nerven in diese ganze Scheiße reingeflossen sind, dass man jetzt nur noch einen Knopf drückt oder drei, vier, fünf und dann ist das fertig. Oder du sagst, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du einfach so ganz spontan sagst, ich will jetzt einfach kochen gehen. Kein Problem. Und du gehst einfach in die Küche, drückst einen Knopf und dann kannst du kochen. Oder du willst bei dir jetzt, keine Ahnung, auf der Couch sitzen oder Sport machen, du drückst einen Knopf und es ist fertig. Oh, das ist der Segen schlechthin. Ui. Einfach so. Aber bei aller Dekadenz muss man natürlich auch zugeben, wenn man solche Lösungen haben will, das kostet. Also das ist jetzt nichts, was man eben so, das sind oft keine Budgetlösungen. Also viele Sachen kann man budgetmäßig lösen, keine Frage. als Beispiel diese Elgato-App, also ob das jetzt die von Elgato ist oder es gibt auch Droidcam OBS, das ist eine spezielle Version von Droidcam. Droidcam ist ja quasi auch so eine IP-Kamera-Software. Die kosten nicht die Welt. Das sind einmalig sechs, sieben, acht Euro und dann kannst du dein Handy mal eben mitnehmen. Und trust me, die Qualität kann, je nach Handy natürlich auch und WLAN vor allen Dingen, kann wirklich, wirklich sehr gut sein. Unabhängig davon. So und diese Lösung, die du jetzt bei dir eingebaut hast oder die ich bei mir eingebaut habe, so, ich bin schon so den Halbbudget weg gegangen, weil ich halt eben nicht einen neuen PC gebaut habe, sondern ich habe auch gesagt, wir brauchen da keine starke Lösung. Ja, also wir könnten natürlich jetzt so ein kleines NUC-System nehmen, aber das würde halt das Doppel- oder Dreifache kosten, je nachdem. Und dann hätten wir nur eine USB-Lösung, was die Capture-Geräte angeht. Also zum Beispiel, ich habe jetzt noch zweimal den Cam-Link hier liegen, den könnte man dafür benutzen. Aber brauchen wir das dann? Also ich will noch mal ein Experiment machen, dass ich quasi meinen Küchen-PC nicht nutze, aber mit mehreren Cams über Handys gleichzeitig aus der Küche streame. Ich weiß nicht, ob mein WLAN das kann. Also Standard jetzt nur Fritzbox oder sowas. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Einfach nur, ob es geht. Also werde ich die nächsten Tage mal irgendwann machen. Ich habe jetzt nur die letzten Wochen wirklich wenig in der Küche verbracht. Kennst du das, wenn du mal so Phasen hast, die du einfach, du könntest, aber du machst es nicht? Ja, habe ich jetzt gerade auch. Also jetzt aktuell gerade könnte ich, aber ich mag gerade nicht. Und ich habe mir angewöhnt, mich dazu nicht zu zwingen. Ja, mache ich genauso. Dann bist du nämlich, den nächsten Tag hast du voll die Fresse dick, weil du dich einfach dazu gezwungen hast. Also ich habe mir so, okay, ne, aber ich müsste jetzt zum Beispiel gerade die Modes machen. Aber ich habe einfach keinen Bock dazu gerade. Ich habe einfach gerade keine Lust, das zu machen. So. Also. Kann ich verstehen. Mache ich das auch nicht. Ich habe das bei mir, wenn ich mir dann irgendwie so mal an einem Tag vornehme, so, ja, wir müssen mal eben noch ein Regal an die Wand bringen oder so. Und dann weiß ich morgens schon, boah, ich habe heute zwei linke Hände, sonst kein Problem. Also, ne, jederzeit. Aber das geht heute halt auch nicht. Wie du schon sagst, man zwingt sich da nicht dazu. Weil wenn du dich dann dazu zwingst, dann ist das Loch schief, die Wand reißt aus, der Bohrer bricht, irgendwas passiert dann. So. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ne, das mache ich. Also, ich habe, das Einzige, was ich nicht mache, ist meine To-Do-Liste. Also, ich habe halt hier so manchmal Dinge drin, sowas wie zum Beispiel, ich muss seit drei Tagen muss ich COD runterladen. Ich habe noch nicht Battle.net installiert, um das runterzuladen. Ich weiß nicht, warum, aber ich werde es mir heute Abend, nach diesem Stream, werde ich mir den Download anmachen. Fühle ich. Okay. Ja. Wie viel Download-Bandbreite hast du jetzt gerade so in deinem Internetanschluss? Äh, 100? 100 down? Okay. Aber kommt noch, also kommt nicht alles an. Also, das lassen den Server gar nicht zu. Also, Steam hat da schon manchmal ein bisschen Puh, 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 Puh. Aber manchmal geht schon. Also, geht nicht, also geht nicht immer, aber manchmal geht schon. Da musst du schon Glück haben. Ich hatte, wenn ich einmal kurz ausholen darf, ich hatte das Problem, dass ich, äh, lange Zeit in einem auch sehr unterentwickelten Anschlussgebiet lag und da konnte halt nur die Telekom als Versorger auftreten mit ihren, nö, wir haben nicht die Absicht, die nächste Zeit irgendwie auf 50 MB zu upgraden in ihrem Gebiet. Ähm, und, äh, dann gab es dieses wunderschöne Magenta, ähm, äh, äh, wie nennt sich das, äh, boah, ich hab, ich hab grad einen, ich hab grad einen schwarzen Fleck irgendwie in meinem Gehirn erwischt. Ähm, hier, hier das über LTE, Hybrid, Magenta Hybrid, danke, Magenta Hybrid, so, äh, und da machst du dann so Sachen wie, du gehst dann über zwei verschiedene Router online, der eine ist nur für LTE, der andere ist nur für, für, für DSL da, damit du halt zwei verschiedene Netzwerke hast, das eine ist der für den Stream-PC, der, der sendet über LTE, das andere ist dann eben der DSL-Anschluss, der dann halt eben, äh, ganz normal zum Zocken halt genutzt wird sozusagen und dann hast du halt nur die langsame, äh, DSL-Bandbreite, 22 MBit waren das, glaub ich, damals im Downstream, so, ne, und solche Spiele rein. Und ich hatte über ein paar Jahre verteilt wirklich alle Probleme, die man damit haben konnte. Ja, das hat funktioniert. Ja, ich bin froh, dass ich dieses Produkt hatte. Ja, die Telekom ist nicht daran schuld, dass ich das falsche Produkt gewählt habe, ähm, weil es ja auch kein anderes gab, äh, um überhaupt, äh, live zu sein mit, äh, 5, 6, 7, 8 MBit im Upstream. Ja, 8 MBit geht, auch für nicht Partner. Und, ähm, weil, äh, ich dann nach dem Umzug natürlich auch beim Umzug darauf geachtet habe, dass ich in einem, äh, Gebietstier bei dem, äh, ein Glasfaseranbieter, äh, quasi ausgebaut hat, bin ich halt eben bei einem Glasfaseranschluss gelandet. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, wir nehmen jetzt den größten Tarif, den es bei denen gibt. Einfach so als persönliche, kleine Genugtuung für die letzten Jahre Probleme und Stress. So, und, äh, der Anschluss kann, äh, theoretisch, also laut Anbieter, äh, ist ein Gigabit im Downstream, also 1000 MBit, und im Upstream kann er 500 MBit. Realistisch kann der laut Speedtest dann so 930, 940 MBit im Downstream, da gebe ich dir recht, das kann kaum eine Gegenstelle, aber Origin zum Beispiel kann das. Steam ist so, das Ende so bei 500 MBit manchmal, manchmal auch bis 700 MBit so, und im Upstream kann der Anschluss theoretisch, äh, 460 MBit im Upstream, was echt unfassbar viel ist, wie viele Streams du darüber rausballern könntest, gleichzeitig. Hammer. Ähm, aber auch da, wenn du, wenn du dir mit dem Netmeter oder mit dem Router dann anschaust, ähm, was die Gegenstellen wirklich akzeptieren, da ist, selbst die YouTube macht so teilweise bei 100, 150 MBit, äh, Incoming dann halt dicht. Ja. Was auch sehr schnell ist, also da müssen wir nicht drüber reden, das sind Probleme. Wie geil ist es im, Entschuldigung, mach du mal, ja. Ja, nee, also das ist, äh, ne, also wenn ich mir vor ein paar Jahren gedacht hätte, mal so eine Bandbreite zu Hause liegen zu haben, das ist nichts. Und das Geile an dem Glasfaseranschluss, wenn ich das noch immer als Abschluss sagen kann, ähm, du machst halt Sachen gleichzeitig, bei denen du früher wusstest, dass es laggt. Und heute hast du halt diese Bandbreite und der Router spielt mit, es ist zwar auch nur eine Fritzbox, aber der Router spielt halt mit, der macht da noch keine Zicken, weil wir ja nicht viele Geräte haben, die gleichzeitig was machen wollen. Und du, du, du streamst halt mit 8 MBit raus, du empfängst gleichzeitig, guckst so zwei Streams, du, äh, lädst dir ein Spiel runter mit voller Bandbreite und nichts laggt. Einfach nichts laggt. Aber meine Lieblingsanwendung ist immer noch, oh, ich muss doch mal schnell 10 GB in die Dropbox legen. Früher so, ey Chat, ich bin noch mal 45 Minuten, und ich komme 45 Minuten später. Heute machst du ein Intro an, schmeißt die Scheiße rein, ach, fertig. Haha, das ist so geil, ey. Das ist einfach mega. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das feiere ich. Gerade wenn... Oder auch so ein, wenn solche Spiele dann solche größeren Updates haben, die du nicht gehommerst sehen, ne? Ja. Oh, ah, fuck, das hat, hm, es hat 12 GB, äh, ein Update, ne? Ja, das machen wir dann morgen, ne? Ich lasse das heute nach dem Stream laufen. Ja. Scheiß drauf, weißt du? Zack. Was wäre das? Heute hast du eher so das Problem, dass wenn das dann so populäre Spiele sind, ob das jetzt ein COD ist, ein Battlefield, oder weiß der geil was, äh, dass dann quasi alle zum Release, äh, das ziehen wollen, und dass dir dann die Gegenstelle halt eben nur tröpfchenweise die Daten geben kann, und dass du deshalb dann wieder warten willst. Ja, schon witzig. Äh, wir haben heute, also, äh, also wollen wir eigentlich noch User-Setups machen? Wir haben das heute gar nicht eingerichtet, und haben das auch nicht so richtig angeteasert. Sollen wir das beim nächsten Mal wieder machen? Wäre jetzt so von wegen Planung und so weiter einfacher, oder kannst du da noch ein paar dazwischenschieben? Ich glaube, wir nehmen uns nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit, und dann holen wir dieses Hashtag komplett auf. Okay. Ich würde, ich würde sogar so weit gehen, dass wir nächste Woche, äh, nächste Woche für uns einfach ein kleineres Thema raussuchen, und wirklich eine ganze Stunde in User-Setups reinstecken. Bin ich... Einfach der Fairness halber, weil wir es heute verschlammt haben. Bin ich, bin ich absolut dabei. Vor allem, wir haben ja noch nicht mal das Videothema, wir haben jetzt nur ein paar Anekdoten erzählt, so, ne? Also, wir sind ja nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Ja, war das auch noch. Schon schon, ne? Im Grunde genommen könnte man noch, äh, mehr nehmen. Ja. Aber ich glaube, dann, dann kommen wir irgendwann, äh, raus bei Codec-Einstellungen, und, äh, ja, bei solchen Dingen, das wird, das wird dann schon fancy. Und dann sehe ich nämlich schon wieder den YouTube-Kommentar. Hey, Nils, kannst du mir deine, äh, X264-Parameter geben? Na klar, ich gebe dir mein Berufsgeheim. Gibst du die, hast du, ach nee, du hast keine speziellen, oder? Ich gucke mir alles immer live an, wir probieren alles live aus, ich habe da kein Berufsgeheimnis, wenn ich ehrlich bin. Das gebe ich zum Beispiel nicht raus, das ist mein Berufsgeheimnis. Okay, wenn ich dir verspreche, dass ich es nicht weitergebe, du würdest es mir nicht geben. Ne. Das ist mein absolutes Berufsgeheimnis. Damn, son. Also wirklich, dafür habe ich jahrelang, Alter, habe ich an den Dingern rumgeschustert. Das ist mein absolutes Berufsgeheimnis, das Maximum an Qualität rauszuziehen. Ich habe mich damals mal auch zu der Battlefield-Zeit über einen anderen YouTuber zu der Zeit lustig gemacht, der auch mit dem Streaming, man hat ja dann angefangen zu streamen, das haben ja in der Infozeichen alle gemacht, und der hat dann mal so ein Video gemacht zu seinem neuen Stream-PC und er hat das alles so super fancy und wow und so, und der hat dann zu irgendeinem Thema dann am Anfang auch gesagt so, ja, ich mache das, ich bin dann wie so ein Magier, ich verrate meine Berufsgeheimnisse, und ich habe mich dann damals so ein bisschen darüber lustig gemacht, weil, also jetzt nicht, jetzt in deinem Fall, ich verstehe das, das ist natürlich, man hat es so rausgekriegt, aber in seinem Fall war das halt so, ja, okay, du hast dir eine Capture-Card gekauft und du gehst, du klont, du hast, du verrätst nicht, wie genau du das Bild geklont hast. Geil, also, verstehst du? Ja, okay, das Ding ist aber, da habe ich wirklich echt lange dran gesessen und das ist so, das ist ja, würde ich sagen, ich verrate wirklich alles, also wirklich, ich habe alles da, lege alles hin, aber das ist so, das ist das kleine bisschen, was meins noch ein bisschen schöner macht als das von anderen. Ja, ich verstehe das. Und das ist so die kleine, diese einzige kleine Cherry, die ich für mich alleine behalten möchte. Ich habe das bei mir mit dem Stream-PC, wir haben das ja auch im Stream quasi rausgefunden oder beziehungsweise haben wir im Stream damals beim Einrichten sehr viel experimentiert. Also, wie ich habe ja erzählt beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, als ich diesen PC gebaut habe, haben wir ungefähr uns zwei Wochen, also habe ich mir zwei Wochen Zeit gelassen und wir haben wirklich alles getestet über die, wir haben einen Tag lang nur über die CPU encoded, wir haben viele verschiedene Spiele gespielt und das war auch zum Zuschauen wahrscheinlich sehr anstrengend, weil das war halt wenig Kommunikation und viel, warum geht das denn? Guck mal hier, die Temperatur ist aber schon ganz schön hoch hier. Wir haben noch ein bisschen Luft, müssen wir noch ein bisschen hochdrehen hier. So halt. Und ja, das dauert halt. Und auch wenn du was Neues einrichtest, wenn du so neu reindippst in das ganze Thema und du hast nicht die neuesten Sachen mit, keine Ahnung, du hast noch zwölf Threads frei oder sowas, so, dann musst du halt ein bisschen optimieren und reinstellen und ich kann das verstehen, dass man sagt, nee, das sind meine Settings, das gebe ich nicht raus, aber, also wir haben das halt damals alles öffentlich immer gemacht und das auch dem Stream PC damals genauso und weiß ich nicht, aber ich habe mich halt auch hauptsächlich durch die Presets gehangelt, bin ich ganz ehrlich. Mit den X264 Einstellungen habe ich mich nur beschäftigt zu der Zeit, als ich einen Upstream von 2,2 Mbit hatte und deshalb kenne ich das, aber wir reden ja über so extrem lange Kommandozeilenparameter und die im Unter-Internet-Kursieren, die man noch von früher her so findet, die sind dumm, viele davon, weil manchmal stehen in diesen Zeilen halt Parameter drin, die sich gegenseitig aufheben. Da steht am Anfang irgendwas wie B-Frames, stell mal auf zwei und dann hinten steht dann nochmal B-Frames auf vier und dann denke ich dir so, ähm, nein, das kann gar nicht funktionieren. Das musst du ja halt durchgucken, ja. Ja, so die Richtung. Nee, aber mit diesen Kommandozeilenparametern, da wirst du ja wahrscheinlich, also das Preset hat ja im Prinzip auch nichts anderes als so eine lange Liste, die man irgendwo auch durch Google rauskriegen kann und du nimmst dir jetzt einfach nur diese lange Liste und wie du schon gesagt hast, du nimmst dir ein paar Sachen aus Slow und du nimmst dir ein paar Sachen aus Medium, die für dich, für ein Streaming interessant sind, weil das Preset halt davon ausgeht, das muss alles abdecken können. Genau. Also zum Aufnehmen vom Video, wo man halt auf Bandbreite scheißen kann, was zum Streaming nicht so gut ist, also nimmst du wahrscheinlich, tipp ich mal darauf, den Bandbreiten-Ressourcenteil raus und nimmst dann das etwas sparsamere noch mit rein. Ja, und dann halt dann die CPU das optimieren muss. Genau, genau, dass du in den Parametern sagst, die CPU soll mit Wert X angefahren werden und bei dem du dann halt weißt, okay, bei der CPU kann ich so und so hoch gehen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay. 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 Vielleicht bei Folge... 50, Alex, wenn wir uns bei Folge 50 immer noch unfassbar toll verstehen, vielleicht schicke ich sie dir dann. Aber nur unter der Prämisse... 99. Wie viele Folgen kommen? Es gab von Plankenschnack 99 Folgen. Ja. Was hattest du vorher versprochen, dass man bei Folge 100 mal macht? Das klingt jetzt so, als ob du irgendwas vorher versprochen hättest und dann kam die Folge 99 und dann so... Nee, 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 nee. Also ich sag mal so, Alex, wenn wir weiter so gut harmonieren, dann werde ich die bestimmt mal zukommen lassen. Aber wehe, Gnade, ihr Gott, irgendeiner findet das raus. Und dann kommen die Menschen, hast du schon gesehen, Alter? Das ist wie mir denn hier noch krassere Qualität. Nee, das möchte ich nicht hören. Das ist einfach... Also ich möchte... Ich glaube, so kurz egoistisch möchte ich sein. Ich habe mit einer der besten Qualitäten in Deutschland, glaube ich. Und da bilde ich mir auch was drauf ein. Und das möchte ich jetzt auch einfach mal sagen, im Hardcast, da bilde ich mir was drauf ein. Okay. Da geht mein Internet, Lulli geht hoch und steht wieder eins, wenn das einer sagt. So fände ich das Ende gelände. Ganz ehrlich, das mit dem Encoding finde ich jetzt gerade gar nicht so spannend. Aber du hast mich gerade auf so einen Trip gebracht mit der NDI-Lösung mal mit einem Stream-PC das auszuprobieren. So was da geht, was da nicht geht oder sowas. Weil das Tolle ist ja auch, bei so einem Setup, wie du das bei dir hast oder wie ich das bei mir habe, wir können ja, wenn wir die Bandbreite haben, natürlich viele Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, es hält mich eigentlich nichts davon ab, meinen Stream-PC irgendwo hinter mir aufzubauen, da eben kurz das Bild zu klonen und da hin zu schicken oder halt eben zu captchern und sagen, NDI, mach mal. Also man könnte, man könnte, könnte man. Das Einzige, was mich stört an NDI ist dieser Fakt, dass du wieder auf diesen fucking Game-Capture-Scheiß angewiesen bist. Das ist die größte Kacke EU-West. Aber ich glaube, dieses V-Mix, das hat mich vorhin jemand geschickt, ja, V-Mix heißt das, ich glaube, damit kannst du ganze Bildschirme capturen. V-Mix ist ja im weitesten Sinne nichts anderes als auch eine Stream-Software, also sowas wie XSplit, OBS, etc. Es gibt ja, es gibt ja, weißt du, wir beiden haben wahrscheinlich schon von vielen Programmen gehört und viele, die sich mit dem Thema auskennen, auch, aber wenn man so über Streaming spricht, die meisten haben automatisch nur OBS im Kopf und haben schon mal was von XSplit gehört, vielleicht, aber dann nicht. Wenn man mal bei Twitch unter, wie kann ich eigentlich streamen gehen, da gibt, also in deinem Dashboard wird das angezeigt, da gibt es Anleitungen in Anführungszeichen für, ich glaube, fünf, sechs, sieben verschiedene Stream-Tools, Broadcaster-Tools oder sowas und V-Mix ist eigentlich eher eine Software, die mehr so für jemanden da ist, der irgendein Event als Regie betreut, also das ist mehr auf richtig groß ausgelegt, also so habe ich das vor ein paar Jahren, als ich es mir mal angeguckt habe, empfunden. Das ist gar nicht so auf, du bist ein Streamer und gibst da Gas, also alleine. Das scheitert generell immer an irgendwelchen Dingen, also ob es jetzt daran liegt, dass du 7500 mal 1440 durch Netzwerk jagen musst oder dies, das, Ananas, das ist, glaube ich, immer alles so Anwendungsproblematik, also ich persönlich würde NDI nicht in meinen normalen Daily Driver nutzen, das benutze ich nur, weil ich diese Auflösung nicht anders hierher kriege. Okay, verstehe ich, ja. Ja. Verstehe ich. Und wie gesagt, beim letzten Mal, oder beim ersten Mal haben wir uns da schon darüber ausgekotzt, ich habe das Problem, wenn ich meinen Hauptmonitor klone, dass sich dann Fullscreen-Anwendungen, dass das halt pain in the ass ist, da rein- und rauszutappen, mal eben schnell raus, mal eben schnell rein, geht dann halt nicht. Dann musst du halt mal eben schnell raus, schalt, schalt, dies, das, Ton weg, bla, 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 okay, ich bin draußen, kleine Änderung gemacht, reintappen, okay, Ton wieder weg, schalt, schalt, okay, ich bin wieder drin. So, und das war das Problem, was ich bei mir nicht gelöst habe damals, weil ich davon ausgegangen bin, dass das so ein Windows allgemeines Ding ist. Naja, also Alex, ich soll dir sagen, wenn du eine gewisse Dekadenz erreicht hast, musst du dich mal rauszappen. Entschuldigung, Entschuldigung, Alex, aber das geht auch, also irgendwann, wenn man solche komischen Popelregler für Lautstärke nicht mehr rumschieben muss oder Discord rechtsklicken und so ein Scheiß, wenn man das auf einem Mischpult hat, dann braucht man nicht mehr rauszappen. Das stimmt, ja. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht, ja, 100 Prozent. Das ist halt total bescheuert, also wirklich, wenn du dir das mal überlegst, dass du dir halt zum Beispiel extra Monitor nur hinstellst, damit du nicht rauszappen musst, das ist halt total Banane. Es ist wirklich Banane. Wenn du einen Notebook da hinstellst oder einen zweiten PC noch mit einbaust, ja, ja, ist schon klar. Es ist halt wirklich Banane, aber es macht das Leben halt komfortabler, weil ich, Alex, glaub mir, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dich mehr versteht als ich, wenn du mir von solchen Sachen, wenn du mir von solchen Sachen erzählst. Ich würde durch die Wand triggern, ich würde das Headset abnehmen und sagen, Schett, ich bin kurz weg. Und dann überleg mal, du hast so, überleg mal wirklich, du hast so einen Tag, weißt du, wo du das fünfmal hintereinander hast, weil irgendwas nicht funktioniert, weil irgendein Windows-Update kam oder Discord hat irgendein Update gemacht und du kannst nichts, aber auch gar nichts dafür. Kannst du nicht, weil es einfach da ist. Und dann sitzt du da und du tappst raus und innerlich schon so, und dann dein Chat, er will dir dann helfen und dann siehst du 300 Vorschläge und du sitzt da und denkst so, ich hab euch echt alle lieb, aber lasst mich mal kurz in Ruhe und dann musst du noch mal raus und noch mal und noch mal und noch mal. Ich fühl das so sehr, Alex. Ich fühl dich so sehr. Mittlerweile mach ich den Stream dann einfach aus. Ich mach ihn einfach aus. Ich sag dann, hey, Chat, sorry, aber das wird heute nichts mehr Gutes. Ich geh jetzt. Ich mach das alleine in Ruhe. Fühl ich. Fühl ich. Aber abschließend, bei deiner letzten großen Umba-Aktion, die du auch live gestreamt hast, irgendwann war es dir dann auch, glaube ich, zu viel. Da hattest du keinen Bock mehr auf die Klugscheiße aus dem Chat zu fängen. Mach das doch so und so. Da hast du dann die letzten Kabel hast du alleine gezogen, ne? Ich hab alles alleine gebaut. Also alles, das meiste hab ich auf Stream gebaut, ja. Ich kann, ganz ehrlich, ich kann das einfach nicht mehr. Also, so gerne ich das teile und so, also so affin ich für diese Sachen auch bin, aber ich kann das nicht mehr haben. Ich kann diese ewige Klugscheißerei einfach nicht mehr haben. Und das Schlimme daran ist, und das ärgert mich immer, dass die Leute, die es wirklich gut meinen, immer darunter leiden. Weil sie genau in dem Moment schreiben, wo du gerade in den Chat guckst. Ich kann das nicht mehr. Ich kann keine Computer da mehr bauen, weil, also, wenn ich noch einmal von irgendwem höre, dass eine Steckdose nicht alles auf einmal betreiben kann, ey, da flippe ich halt aus. Dieses ganze Möchtegern, Elektriker, Schwubbel, Geschwabbel, das regt mich auf. Nee, also, die ganzen Kabel und die Schraube, das geht dann gar nicht. Das kannst du so nicht machen. Das funktioniert nicht. Du sitzt da schon, hast so ein Tilt, weil dich halt tausende Menschen vollquatschen und viele meinen es gut, motivieren dich und das ist schön und dann hast du diesen einen einzigen, den du einfach nur durch die Leitung ziehen willst. Wo du einfach nur, den willst du komplett zerwichsen. Ja, den kenne ich auch. Deswegen mache ich das einfach. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich kann mir das einfach nicht mehr antun, weil die Leute das halt auch wollen. Die wollen dich so sehr triggern. Ja klar, das gehört zum Streaming auch dazu. Da muss man ganz klar sagen, das sind auch irgendwo dann so die, so die, so die Dämonen, die man sich so selber gezogen hat irgendwo am Ende. Ja, deswegen baue ich nichts mehr auf und das habe ich auch wieder da festgestellt, ich baue nichts mehr auf, weil das Ding ist halt, diese Sachen, die, also bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich einen Tag anfange, will ich abends fertig sein. Weil ich will den nächsten Tag da drinnen sitzen, das Setup machen und dann soll das fertig sein. So. Und dann bist du aber auch 14 Stunden dabei und du schwitzt Rotz und Wasser. Du hast keinen Bock mehr, du hast Hunger, du willst was trinken, du hast zu viel Wasser gesoffen und dann guckst du einmal einen Chat, setze dich fünf Minuten hin und dann quatscht dich irgendeiner mit so einem dämlichen Scheiß voll und dann könnte ich ausrasten. Dann könnte ich ausrasten. Ich lese dabei auch keinen Chat mehr. Ja, also ich habe sehr viele Kabel alleine gezogen. Ich habe auch super viel danach noch alleine daran gebaut. Ganz viel. Ja. Verstehe ich, ja. Habe ich gelernt für mich, das möchte ich nicht mehr übertragen. Also ich habe, ich habe, ich verstehe, ich verstehe, warum du das nicht machst. Ich bin da innerlich so abgestumpft, wenn mein Computer, während ich den bauen würde, brennen würde. Das wäre scheiße, ja, aber dann ist das halt so. Ja, also da bin ich, da bin ich so stumpf geworden, dass ich Sachen nur noch, nur noch sie lese. Also dann, dann macht man halt eher nur, dann macht man das nicht mit dem Chat zusammen, sondern man baut das dann, wie man es für richtig hält und erzählt dann auch, warum man es so macht und wenn man darüber reden will. wie du schon sagst, wenn du etwas mit dem Stream zusammen baust, sei es ein PC oder dein Rick oder was auch immer oder sowas, dann kannst du entweder mit dem Chat das machen, dann dauert das alles achtmal so lange oder zehnmal oder zwanzigmal und du wirst nach einer Woche nicht fertig, weil immer wieder einer was zu kacken hat, das kam da vorne, das ist aber noch nicht okay, ne? Ja. So, und, und ich will da auch keinem was Böses oder du machst das halt selber und, also für dich und überträgst es halt nur, ne? So die Richtung. Ich glaube, da muss man einen richtigen Mittelweg finden und jeder ist da anders. Der eine hat da Bock drauf, du hast das vorher auch gemacht. Egal, ob bei dir oder bei wem anders so, also, man hat einfach gemacht und dann kam die Resonanz und, naja. Ja, es ist halt, ach man, ich habe, also wir haben ja schon so viel auch mit Sascha gestreamt. Wenn ich mich an die IRL-Tour erinnere, wie viele Leute gefragt haben, ob wir schlecht drauf sind und du denkst, ja, weiß ich nicht, wir sind seit sieben Tagen ungefähr 3000 Kilometer gefahren. Denkst du, wir sehen jetzt hier super happy aus oder was? Und dann erzählst du halt ganz normal und du siehst halt einfach scheiße aus, weil du scheiße aussiehst, weil du halt 3000 Kilometer mit dem Auto unterwegs bist, so. Ja, sag mal, habt ihr eigentlich schlechte Laune oder so? Ja, deine Frage macht mir schlechte Laune, was denn das für eine dumme Frage, so. Aber das, das ist ja auch wieder normal, entschuldige mich, wenn ich dir ins Wort fahre, aber das ist ja dann auch normal, weißt du, bei einem, bei einem Roadtrip-Vlog oder sowas, da nimmt man ja bewusst einzelne Stellen auf und sagt so, hey, cool, wir sind gerade da, schaut mal, dies, das so, aber wenn du dann bei einem Stream quasi permanent so mit dabei bist, dann bist du nicht 24-7 einfach nur Mr., ich smile die ganze Zeit in die Kamera, natürlich, das macht keiner. So, normal. Ist so, ja, aber schon wild, wenn man sich das mal überlegt, was man alles schon gemacht hat, ist schon, schon schön, also was man schon mit seinem Chat auch zusammen gemacht hat, so. Mein Chat bringt mich gerade da auf die Idee, dass ich damals bei meinem Auszug, also ich habe ja damals mein Büro habe ich ja auch komplett streammäßig ausgebaut, also sprich, ich habe Teppichfliesen auf den Fußboden geklebt, ich habe die typischen Pyramidenschaumstoff-Dinger an die Wand geklebt und alles und ich habe das natürlich mit einem Medium gemacht, das ich kannte, nämlich Acryl, schwarzem Acryl und als ich das dann entfernt habe, hatten wir alle sehr viel Spaß, aber das gehörte halt dann auch so ein bisschen dazu und ich sage mal so, also ich werde es nicht nochmal mit diesem schwarzen Acryl machen, Lernen durch Schmerz, ganz klar. So, und ich gebe dir recht, es gibt Sachen, die würde ich jetzt, einfach, dass es schneller geht und es fertig werden muss, die würde ich jetzt nicht streamen und andere Sachen, die länger dauern können oder wo ich Spaß daran habe, dass man das im Stream zusammen macht oder man hat auch mal, und das ist ja auch das Krasse dabei, wenn du ein paar Leute in deinem Chat hast, eine gewisse Menge, ich weiß, wie viele Zuschauer du in etwa so hast und du siehst bei mir auch, du hast auch ein paar Leute dabei, die es auch einfach wissen, die dir auch sagen können, nee, pass auf, du hast da 100% eine zu schmale Schraube genommen, die Seele der Schraube ist einfach zu dünn, die kann den Dübel nicht genug spreizen und deshalb ist dein Fernseher aus der Wand gefallen. Ist dein Fernseher aus der Wand gefallen? Ja, ja. Oh. Der hinten in der Ecke hängt, das ist halt auch so ein Ding, das wird mich ewig verfolgen, ne? Ich habe halt dieselben Dübel genommen, nee, stimmt gar nicht, ich habe andere Dübel genommen, aber dieselben Schrauben wie beim vorherigen Mal, aber die Schrauben waren einfach zu dünn, ja, also die hatten, der Kerndurchmesser war einfach zu dünn, so, und der hängt vorher an einer anderen Wand und das eine muss nur tragen, das andere nicht, ist ja auch egal, jedenfalls haben die nicht gereinigt und ich hänge das noch dran und dann meint er auch in einem Chat, häng dich mal besser dran, nicht, dass du das wieder runterkommst, ich so, ja, ja, das passt schon, ne, zieh noch einmal ordentlich dran, nichts passiert, häng den Fernseher auf, so, ja, tada, hängt und genau in dem Moment gibt es ein Clip von, fällt das Ding so halb aus der Wand und es fällt nicht runter, aber es hing noch so in den letzten Fäden, ne? Ja, ja. Ja, das Schlimme ist halt, dass man das zum Beispiel, die guten Sachen, irgendwann gar nicht mehr rausfiltern kann, leider, weißt du, wie ich meine, weil dieser, dieser, dieser Schwachsinn überwiegt und die Leute, die es wirklich gut meinen, die kommen dann halt nicht mehr durch, genau deswegen mache ich das nicht mehr, ganz einfach, ich google einfach nur noch für mich selber, warum gut ist. Also ich genieße das, also ohne, dass ich jetzt zugeben möchte, naja, sonst wird man, kriegt mein Chat wieder so ein Höhenflug, aber ich genieße das eigentlich, wenn ich zu gewissen Themen einfach selber noch nicht recherchiert habe, dass man immer mal so ein paar Leute dabei hat, die wirklich tief in der Thematik drinstecken, egal, ob es jetzt um Hardware geht oder auch mal irgendwie so baurelevante Sachen, ne, wenn Leute die ganze Zeit, also wenn Leute in der Montage tätig sind oder sowas, die können dir halt genau sagen, warum etwas nicht funktioniert, wie du es machst, so ne, und die meinen das nicht böse, die trollen nicht rein, so ne, und dann hast du halt diese anderen Teil der Leute, die, ja, die empfehlen dir halt Sachen, die dann genauso gemeint sind, wie du sie verstehst, ne, sagen wir einfach, wie es ist. Ja, 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 Herr Nils, wir sind schon wieder bei über zwei Stunden angekommen. Das ist Wahnsinn, ne? Das verfliegt halt ganz gut, ja. Das ist echt verrückt, wie schnell das hier mal vergeht. Ich denke mir immer so, boah, zwei Stunden. Heute bei Video bin ich so reingekommen, ja, naja, doll ist ja jetzt nicht so, ne, ist ja jetzt nicht so viel, worüber wir quatschen. Wir haben noch gar nicht über Kameras gesprochen. Wir haben noch nicht mal über Kameras gesprochen. Und jetzt denkst du dir so, ja, Kameras, was willst du denn da großartig zu sagen? Das ist doch nur eine halbe Stunde so. Und dann guckst du nicht auf, oh, fuck, wir sind ja schon wieder drüber. Äh, User Setups vielleicht noch so nach dem Motto? Äh, ja, und wir haben noch nicht mal über Kameras gesprochen, ja. Haben wir noch nicht. Und über Monitore und diesen ganzen Kokolores. Nun, also, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend, oder wie? Ich würde sagen, wir machen für heute den dicken Schlussstrich, freuen uns auf Kameras und, also, wir machen nächstes Mal als kleine Kompensation für eine Stunde lang User Setups. Ja. Und thematisch, was können wir eine Stunde machen? Da müssen wir doch überlegen. Wenn ich jetzt, hast du einen Vorschlag? Also, wir müssten das mit den Kameras ja sonst noch aufholen, aber wenn der Chat jetzt irgendwas vorschlägt, könnte man ja da auch drauf eingehen. Ja. Das ist ja keine Einbahnstraße, so ein Livestream. Nee. Nee, aber vielleicht hat Chat ja so Wünsche. Was kann man in eine Stunde bequatschen? Also, was Stream-relevant ist, was Hardware-relevant ist, was in unserer Bubble vorgekommen ist, womit wir uns selber auseinandergesetzt haben, solche Sachen sind immer gerne gesehen, wenn danach gefragt wird. Sachen, mit denen wir uns nicht auskennen, wo man sich aus dem Fenster lehnen müsste und selber erst recherchieren müsste, sind ein bisschen blöd, weil, naja, kann man ja auch selber googeln. Wie wird man zum guten Streamer? Ja, dafür brauchen wir wirklich eine Stunde. Das ist easy game. Das ist wirklich easy game, eine Stunde. Monitore, CPU-Kühler, puh, Mikrofone fände ich auch interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mikrofone ist ein schönes Thema. Ja. Aber, ich habe eins, was ich mir gekauft habe, was das macht, was es soll und dann hört es auf. Und ich habe die, die ich benutzt habe, die kenne ich und weiß, was sie können. Ich muss aber wirklich dazu sagen, ich müsste mich wirklich sehr tief da reinlesen, um eine qualifiziertere Meinung abzugeben. Okay. Ich finde auch, das Thema Audio ist halt auch extrem schwierig, weil du hast, wenn du jetzt der Meinung bist, dass dein Mikro für dich gut klingt, ist das deine Meinung zu deiner Stimme auf diesem Mikro. Ja. Und jemand anders, der sich dieses Mikro nachkauft, hat ja eine andere Stimmfarbe, einen anderen Stimmklang, ein anderes Volumen, so das spricht ja alles mit da rein, wie was nachher am Ende das Mikro aufnehmen kann. Und dann hat die Person auch wieder ein eigenes Gehör dafür und denkt sich so, wow, das klingt viel geiler als das bei dem. Oder halt eben andersrum, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, so von wegen, wieso klinge ich nicht so cool wie der? Weißt du? Ja. Also Audio ist echt schwierig so mit dabei. Nützliche Tools, die man gerne benutzt. Über sowas kann man auch unendlich lange reden oder halt eben das nur eben auf die Schnelle durchkaspern. Das geht jetzt schon, ja. Brauche ich auf jeden Fall keine Stunde für. Ja. Ich hasse Tools, Hardware muss her. So, fertig. Ja, ich mache, ich mache, ich mache, Spotify mal eben zu, nicht, dass du das noch siehst. Naja, alles gut. Alles gut. Ja, dann lass doch nächste Woche, dann lass doch nächste Woche so ein bisschen über das Streaming an sich erstmal sprechen. Also zumindest, wie wir das gemacht haben oder etc. Die Kurzform, soll ich spoilern? Ja. Sei nicht nur ein Streamer. So, den Rest machen wir nächste Woche. Aber das hat doch gar nichts mit Hardware zu tun, oder? Ja, nee, gar nichts. Voll scheiße. Mann, das mal, nein, Jim, hör auf, komm, lass die Scheiße weg. Da gibt es jeden, da gibt es 1375 Trilliarden Videos zu. Wie werde ich ein richtiger Streamer? Ich will hier über Hardware reden und nicht über so eine Schwubbelthebe. Okay, okay, verstehe ich. Das Ding mit den Videos ist aber auch, eigentlich dreht man sich da immer im Kreis, weißt du? Es wird halt immer nur derselbe Scheißerleben gemacht. Und am Ende des Tages, wenn es darum geht, wie man neue Zuschauer kriegen will, das hat eine Menge mit Glück zu tun und zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder du hast eine Community auf einer anderen Seite ausgebracht wie YouTube und schleifst sie mit rüber oder sowas. Das ist wenig zu planen. Es kann viel mit Arbeit zu tun haben und es ist immer ein Marathon. Es ist in der Regel kaum was. Es gibt zwei, drei Beispiele von Leuten, die innerhalb von kürzester Zeit, von kurzen Wochen, von 0 auf 500 Zuschauer gekommen sind. Aber diese Beispiele kannst du in den letzten Jahren wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Twitch-Deutschland-mäßig. I don't know. Schwierig. Ich weiß, du hast keinen Bock darüber, jetzt über Hardware zu reden. Machen wir nicht, machen wir nicht. Naja, das sind halt so durchgekaute, ausgelutschte Themen. Also, das ist halt über Hardware, Software und sowas. Deswegen, guck mal, das sind, also, finde ich, ich meine, wenn du jetzt sagst, wir haben einen 50-50-Anteil. Wenn du jetzt sagst, du möchtest das gerne machen, dann spielen wir jetzt hier Schnick-Schnack-Schnuck. Und dann ist das Ding geritzt. Ich denke mir halt auch, dass man von außen betrachtet, so von wegen, oh, die verdienen ihr Geld nur mit Labern und mit Zocken. Geil, will ich auch. Dass, dass, dass man da immer so einen, so einen falschen Eindruck hat, wie wenn man bei einem erfolgreichen Musiker halt irgendwie sieht, ja, der muss ja nur ein bisschen Musik spielen und verdient damit so seine Kohle. So, das, das sind so ein bisschen, ja, ne, vielleicht so ein bisschen blauäugiges Reinschauen und so weiter. Und das gibt es natürlich auch, ne? Du kannst eine Promo machen für ein Spiel und du wirst halt gut dafür bezahlt und alles ist easy und so weiter. Aber was machst du die anderen 30 Tage im Monat, weißt du? Und die Kohle muss ja trotzdem reinkommen. Also übrigens, das Thema finden ist übrigens nur, äh, weil wir, das, das ist nur problematisch, weil es eine Stunde gehen darf. Aber ich hab jetzt, jetzt, Jim, ich hab was. Ich hab was. Wir machen eine Stunde lang unsere biggest Fails, die wir, äh, mit Hardware fabriziert haben. Okay, da, da kann ich eine Stunde reden, kein Problem. Okay, da seh ich mich. Also so dieses, was, was wir vorhin mit Sascha hatten, dass der halt nicht das richtige Kabel hatte zum Beispiel. Sowas, also. Haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Ne. Wir haben immer mal zwischendurch einen eingeworfen, aber nicht, was uns nächtelang beschäftigt hat, um das zu fixen. Und da seh ich uns. Das, glaube ich, ist ein cooles Thema, weil das, also das können wir auf eine Stunde packen, ein paar Anekdoten erzählen, äh, wie uns was vorgekommen ist. Und dann haben wir halt noch eine Stunde User-Setups. Ich denke, das passt. Und dann, äh, Mikrofone würde ich halt auch mal vorschlagen. Ich weiß nicht, ob du das cool findest, aber wir können ja mal Ranzratte fragen. Der kennt sich damit ja ein bisschen aus. Und dann machen wir das zu dritt und dann lassen wir uns mal, also, bist du da richtig drin in Mikrofone? Überhaupt gar nicht. Ja, cool, dann lassen wir uns halt auch mal ein bisschen belehren von jemand anderem, der es besser weiß. Das ist vielleicht auch so eine Idee. Sollte man mal aufgreifen. Ich tingle da mal durch bei, äh, Runzy und dann, wenn du da nichts gegen hast, können wir das ja auch mal machen. Bin ich dabei. Fühle ich. Also nächste Woche Biggest Hardware-Fails, oder was? Biggest Hardware-Fails, User-Setups. Und User-Setups. Warte, ich bin so gespannt auf deine Fails. Ich bin so gespannt, weil ich werde das wahrscheinlich an irgendeiner Stelle richtig fühlen. Geil, mir fallen schon so, mir fallen schon drei, vier Ereignisse. Geil. Ich hab noch Anschauungsmaterial, keine Sorge, ich kann dir noch zwei Sachen hier zeigen. Oh. Ich kann's dir die Hand nehmen und da was mit dem Finger drauf zeigen. Kleinigkeiten, nichts Wildes, nichts Wildes. Nice, ey. Ja gut, dann, ey Alex, dankeschön für diesen wundervollen Hardcast Episode 4. Ich hätte nicht, also bin ich ganz ehrlich, um auch abschließende Worte zu finden, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir beide so viel Spaß damit haben werden. Also ich finde, das harmoniert hier auch sehr gut und wir sprechen unter der Woche, also wirklich, wir sprechen unter der Woche gar nicht. Also wir schreiben so wirklich nur drei Zeilen, hier hast du Twitter-Bild, hier hast du dies und dann kommt Alex, mhm, bin da, fertig. Also mehr reden wir wirklich nicht. Wir haben jetzt nicht mehr Kontakt oder so und ich finde das sehr, sehr schön und ich muss wirklich zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass ich jeden Mittwoch echt mich sehnsüchtig auf 18 Uhr freue, um mit dir, Alex, über Hardware zu sprechen. Prost. Ich kann das nur so wiedergeben, also die Zeit geht echt schnell rum. Hätte ich nicht gedacht, also wirklich, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Entschuldigung. Ja, ich, los. Zumal wir ja auch so einen etwas schwierigen Start früher mal hatten, falls du dich an die Gamescom erinnerst, als du diese Kamerageschichte, so, weißt du noch? Hallo, ich bin Jim Panze und ich drehe gerade einen Vlog und kommt direkt zu mir und ich wusste halt nicht, dass er die Kamera anhat und hält mir die direkt und Dizzy ist auch da und ich so, kennen wir uns schon? War das, war das die Gamescom oder das ist die Dreamhack? Ja, es war die Gamescom draußen an der ESL-Lounge. Ey, ich hatte so, ich hab mir so gedacht, was ist mit ihm denn? Obst du mal so, ey, ich bin ein Jim Panze und das ist Dizzy und ich steh daneben und denk mir halt, äh, ja, wie wär's, wenn wir uns mal vorstellen, hi, vielleicht, so. Ja, ich hab dich da ein bisschen auf den falschen Fuß erfisch, das weiß ich schon. Was ich aber witzig fand, dass ich dich damals dabei, also später dann auch bei einem anderen Event dann beobachtet hab, wie du im Prinzip genau das gleiche gemacht hast. Hast du deinen Vlog aufgenommen oder mit deiner Kamera und hast dann Leuten, die auch direkt ins Gesicht gedrückt und dann dachte ich so, äh, okay, da hab ich ihn wohl damals auf dem falschen Fuß erwischt, so, oder? Aber dann, also jetzt das mit den, ich hab keine Vlogs gemacht eigentlich. Dann warst du im Streamen oder irgendwie sowas. Ist auch, ist auch scheißegal. Ähm, mit unserem ersten Start war damals sogar noch viel, viel früher mit, äh, mit, äh, hey Dizzy, ich mach, äh, ich, äh, Gympanze, äh, ich, ich hab mir auf Twitch aufgefallen, ähm, ich, äh, kann auch bei Commander Krieger auf dem Kanal, kann ich Videos hochladen und ich wollt mal, äh, wollt mal deine, wollt ich als Interviewpartner einladen und die sind so, nein, ich will nicht gepusht werden. Andy, du sollst nicht gepusht werden. Ich such nur Leute, mit denen ich so ein Interview aufnehmen kann und du passt da super rein irgendwie. Naja, Ja, okay, you got me, you got me, das stimmt, hab ich wirklich knallhart abgelehnt. Also da gab's nicht mal eine Diskussion, die hatte ich keinen Bock drauf, will nicht gepusht werden. Ja, weiß ich noch. Ja, manche, früher war ein bisschen komisch, Mann. Guck mal, und jetzt heute sitzen wir hier und jetzt hab ich dich gefragt, ob du das mit mir machen willst und du warst in dem Moment der bessere, der bessere Mensch, du hast gesagt, na klar, let's go, Baby. Ach, das hat man mit besser oder schlechter nicht gekriegt. Mann, jetzt lass mich das doch so runterspielen, dass du mal wieder einen glorreichen Moment hast hier heute. Wir machen hier aus dir was. Ey, siehste, bitteschön. Bam. Danke dir. Na klar. Gut, wir überziehen gerade schon wieder noch weiter, ne? Sollen wir jetzt hier Ostwestfälisch Schluss machen? Oder lass mal, die Menschen von der See machen das ja auch so, ne? Die sind ja auch sehr, die können ja auch sehr abrupt sein, glaube ich, ne? Okay, alles klar. Gut, fertig. War ne gute Episode. Hat mir gefallen, Alex. Gut, dann, wir hören uns einfach nächste Woche, würde ich sagen, oder? War dir das jetzt abrupt genug? War dir das norddeutsch genug? Wie Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Nächste Woche schauen wir uns im zweiten Teil des Streams wahrscheinlich User-Setups an, außer wir labern davor bei unseren größten Hardware-Fails wieder drei Stunden über die Zeit, weil dann müsst ihr nämlich noch ne Woche warten, bis wir uns endlich die User-Setups anschauen. Ihr könnt uns das Ganze über Twitter schicken, nicht per PM, sondern einfach öffentlich posten mit dem Hashtag Hardcast-Setup. Ja, das ist ein langer Hashtag, aber das kriegt ihr hin. Gemeint ist damit, was ihr zu Hause stehen habt. Macht ein, zwei Fotos, schreibt gerne was dazu. Ihr braucht nichts schreiben. Räumt die Tempotaschentücher am besten weg, das gibt immer komische Fragen und alles weitere klären wieder nächste Woche. Könnt ihr auch da lassen, feiere ich. C-Wa-Rolle, feiere ich auch. Same. So, ich gehe jetzt in die Endszene und ich sage danke, Nils, für diese Folge. Ich habe sehr gelacht, ich habe Spaß, das ist das Wichtigste und wenn jemand anders das genauso sieht, vielen Dank an euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Deine Worte. Du bist ein Arsch, Mann, ich war schon in der Endszene drin, als ich es so gemacht habe. Ja, toll. Ja, tschüss. 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 Tschüss.